Unseren Regenabend an. Einen schönen Sonntagnachmittag. Meine lieben Didi, genau, Kaffee und Kuchen. Den hat er wirklich gehabt, Norbert. Servus. Mama, Mama auch da. Emily, grüßte. Und ja, ich weiß, ich bin immer unpünktlich. Unpünktlichkeit ist deine Zier. Zickzack geht man ohne ihr. Merkt ihr das, Emily? Ich mache nach fünf Minuten von der Zeit deutsche Pünktlichkeit. Ich habe nämlich gar keine Schuld, aber ich sage nicht, wer schuld hat. So, dabei ist dabei einmal der Albert. Man sieht, er synchronisiert gerade. Und der Jockey, glaube ich, schläft noch. Ah, der kommt dann noch. Ich glaube, der hat ein wenig verschlafen. Und ich bin mir ein wenig vom Vorderbinden beholt. Servus, Kai, grüß dich. Ach, wo war Juh? Juhu. Wo ist schon, ja? Brüle. Ah, ach, ja, du? Juh, ach, ja, du. Was kloppen? Ah, nein, nicht direkt. Ah, ich will es gar nicht wissen, wenn man indirekt schloppen kann. Ah, mein Schatz, ich habe mich massiert. Achtung. Sag er ja. So. Marvin, grüß dich. Ja, und mein Lenkrall geht nicht. So lange habe ich warten können und jetzt geht das Lenkrall erst nicht. Ach, ja. Ach, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wurde aus deinem Nachmittagsschlaf erwacht. Mein Fuß wurde, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, bei uns sag er. Ach so, du meinst doch, ich spüle, ja. Ja, 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 ja. In Ellerbach regnet es sehr oft, ja? Ja, ja. Wo spült denn das wieder überhaupt in was für eine Region? Was ist das denn dann auch zufällig? Ja, ja, ja. Gute Frage, wo liegt Ellerbach? Was? Ah, das ist gut. Unkraut bekämpfen, obwohl es einer fragt. Unkraut bekämpfen in Regen. Unkraut bekämpfen. Hoppala, keine Richtung. Interessanterweise, dass Unkraut immer nur in Strich überfahren wächst. Gut, Marvin, wenn du das weißt, dann schreibst du uns auf. Was tust du, Jochen? Ja. Die müssen ruhig umgedeckt. Ach so, tut dein eigener Kuhle passen oder was? Ja. Aha, okay. Wir müssen umbauen, immer wieder. Das wäre ja nämlich eh ein Stock gewesen. In Deutschland, das ist gut, das habe ich mir auch gedacht, ja. Das ist kein österreichischer Nummer, ist das, was mir gedacht. Aber irgendwo, glaube ich, ist draufgestanden, der Landkreis, oder? Bei so einem Schüttl. Wenn er Ort einfahrt oder wo, kann ich mich irgendwie erinnern. Ja? Ja. Oh, vielleicht kommen wir da noch ein paar Beine, oder? Genau. Das Essen war so gut, dass ich mit Niederlegen noch gemessen eine Stunde zuerst. Dabei habe ich gar nicht wollen. Du hast Essen oder Niederlegen? Niederlegen. Da habe ich nachher nach hinten einen Kaffee und Kuchen gehabt, so wie es der Norbert richtig gesagt hat. Oh, jetzt habe ich den Kaffee in der Kaffeemaschine vergessen. Niklas! Ich habe meinen Kaffee in der Kaffeemaschine vergessen. Bist du lieb? Geil. Geil. Wenigstens los. 刺te irgendwie... 가 so escuchieren, hörst du curse? Pft. Das ist eine kleine Dreckige Krankenschwestern, oder? Aber es ist der einzige Strick, der was richtig gefällt geht. Danke Marvin. Marvin, du bist fast unser Sound-Spezialist. Ich bin mit dem, aber ich habe es nur noch eine Art und Weise. Ich habe es aber auch noch ein paar Bilder, und ich habe es auch noch einen Moment, mit dem ich hier die erste Ausflugze, und ich habe es über diese Ausflugze. Es hat sich mit dem, die Ausflugze, die Ausflugze, in der Ausflugze, und ich habe die Ausflugze, so eine Ausflugze, die Ausflugze, Das war's für heute. Au! Ich glaube, das war am Vormittag so lange, der hat natürlich nicht mehr gereizt. Oder ist das bei Schlupenmanns? Nein, so lange probieren, oder? Genau, nächste Woche hat der Ritschi gesagt, gibt's wieder ein Video. Wenn Gott da nicht durchkommt. Dafür ist er hinten oben angepient. Nein, egal, ich geh da mal in den Kaffee, mit Verspätung, aber das macht nichts. Ich glaube, der ist nicht mehr da, der kleine Kampumpf. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Dankeschön. Hast du Milch rein? Brav! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, es war's für heute. Das war's für heute. Ich habe jetzt noch Dreschen und dann Eifern. Joachim? Ah ja, ich zog gerade meine Kühe füttern. Musst du dann noch was an Dreschen oder was? Nein, ich wüsste nichts aus. Nächstes Mal nicht, was ist dann? Also Dreschen gibt es ja nichts mit Depart. Wir haben ja Brühe, ich esse es grüß das. Da brauchen wir Mais, Soja und Hirse zu haben. Wenn wir noch wollen, dann müssen wir warten ab Juni, weil da die Gäste rauskommen. Ich habe sie an, ich glaube auch noch. Genau, ich habe eine wesentliche Große zu haben, die ist noch drei gewesen. Ritschi, Servus. Das habe ich gesagt. Nächste Video mehrmals erst. Nächste Woche am Sonntag zu sehen. Dafür ist er heute umhaut nicht angebildet. Nächste Woche am Sonntag zu sehen. 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 Ja, das wollen wir jetzt nicht so wissen, aber du bist es ja. Nein, ich habe gesagt, Ritschi, ja, ich weiß, bevor ich das schreibe, das ist kein richtiger Striegl, ist zwar schon einer, das ist ein Reinhacker, aber das ist nicht der einzige, der was richtig funktioniert, da in LS von den Originalteilen. Ich hätte mich aber jetzt zurückhalten und hätte gedacht, ich lasse die Leiden mal machen. Servus, Jonas. Aber ich kenne ja nicht schon mittlerweile, was immer kommt. Ja, das tut mir tatsächlich immer ein bisschen weh. Ich weiß, ja, weil es nicht wirklich ist, ja, aber es hilft nichts. Wenn man die Augen so zusammenzwickt, dass man fast nichts mehr sieht, dann verschwimmt oder so, dann macht man das nichts mehr. Es kann aber jetzt auch sein, dass die anderen jetzt auch sagen, im Patch, durch ein Update, wo es gekommen ist, aber es ist nichts gestanden, dass die jetzt auch wirklich konventionieren können. Weil so haben sie nur immer die ganz kleinen Pflanzerl ausgerissen und den Rest haben sie stehen lassen, gell? Und das ist halt auch nicht Gott unbedingt das meiste. Die erregt sich, Jonas, bei uns war nicht, bei uns scheint die Sonne. Aber wir haben jetzt tatsächlich auf zwei Tage recht solide Regen gekriegt. Und in der Früh haben sie direkt durchgekriegt und auch einigermaßen stark. Und riepft es noch irgendwas bei, oder? Ja, die Zuckerraum hilft schon. Am Mais wird es nicht mehr wirklich was helfen, weil der ja schon mehr oder weniger erntereif ist. Aber die Zuckerraum hilft es bald, die Kartoffel bei einem hilft, weil die schon gar nicht mehr ernten haben können, weil es trocken war. Da ist es eigentlich auch gut. Ja, also es ist definitiv besser wie nichts, aber natürlich... Zu spät. Ja, bei uns hat es ja im Endeffekt seit Anfangs gebildet, weil keinen relevanten Ring mehr gehabt. Ich habe mir jetzt ein Loch ein wenig geerntet, aber bestolziert. Was? Ja. Ich sage Ihnen, Jonas wird er sagen, du sollst dann anrufen. Ganz munter bin ich noch nicht. Hast du eine Party gehabt gestern? Nein, aber nach dem Essen habe ich mir gedacht, die haben wir schon gehabt, aber ohne Alkohol habe ich gehabt. Meine Tante hat in den 70er gehabt. Ach genau, du hast ja gesagt, ich bin 70er oder so, oder? Genau, ja. Da haben wir Spannferkel gehabt, und heute haben wir was mitgekriegt davon, weil es hat mich überblüht. Und jetzt haben wir es ja ein bisschen drüber gemacht, wie da ein bisschen mehr geht, aber dann war es mir so unwohl, so überfuttert, wenn wir es noch ein bisschen hingelegt. Verstehe ich eben. Da haben wir wieder Geschlecht hier gemacht, obwohl ich nichts gegessen habe. Achso, es ist erst auf die Nacht, weil die große, oder die kleine, kleine, große... Ja, das war jetzt mittlerweile daheim, aber die waren ja nach dem Spiel, die traditionell, wenn es Auswärtsspiele haben, zum Micky. Aha, zum Micky. Und jetzt hat er schon gegessen. Jetzt schaut der Papa wieder durch die Finger, oder wie? Ja, jetzt bin ich wieder blank, ja. Aber ich habe vorher gerade Agnes bei einer Haare-Torte gegessen, und dann geht es schon. Achso, was eine Agnes? Achso, das ist eine Lieblings-Torte, glaube ich, oder wie? Ja, die wurde er auch, wenn er einmal vergänglich versäumt hat, ja. Ja, genau. Ja, genau. Das ist der mit den HKP, den wir nicht hinbekommen. Genau, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und da haben wir einen Bäcker, haben wir den schon hingekriegt. Und meine Frau, bis die Klau am Kalt hat, haben wir uns mitgebracht, und das haben wir dann in den Besetzungen untergesen können. Warum der Baik halt offen? In der Früh, ja, bis es Mittag kommt. Aha, okay. Und zwar haben die meisten offen, ja. Baik kriegen Sie auch, oder was? Na super. Ich bin in der Früh sogar selber schon wieder, ich hab's hingebracht, am Bäcker vorbei gefahren, aber dann hat's so gerängt, und ich bin mit meiner Schiene, das sind gerade 2,5 Meter zum Bäcker, aber dann mache ich die Aufsteig aus, hab am Fuß aus dem Auto rausgelegt, und bis ich geschaut habe, war meine Schiene schon nase, und bin noch nicht einmal ausgesteckt gewesen, hab ich schon nase Füße genommen. Das hört sich doch nicht aus, ja. Ja, dann hab ich wieder... Alter, ich hab erst noch großspurig, da war ein Mugruf, also heute nehm ich schon mal was mit, dass wir gleich zum Frühstück auch was haben. Dann bin ich aber mit leeren Händen gekommen. Ich brauch halt irgendwie so einen Bäcker, so wie in einem Hotel, was da so ein überdachter Eingang ist, wo man hinfährt, wo man dann eine Tier aufmacht. Eieiei. Und dann drei, vier Bäcker eben so, da brauch ich nicht mehr. Ja. 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 Ja, ohne Schmäh. So dumm ist das aber nicht, weil in der Früh die Arbeit, könnte ich mir vorstellen, dass die viel sagen würden, wenn es die Arbeit fährt, dann fährt es schnell durch, Kaffee. So ist es, ja. Also könnte ich mir mal vorstellen, dass das wird vom ZF. Das ist ganz normal wie bei McDonalds, aber ohne so ein 3G-Sprechanlager hat es der. Wart man einfach durch, unter die Führung eine kleine, hat er so eine Überdachung, nicht groß, für zwei Autos Maximum, wo er das Fenster hat, dort bestößt, gibt er das raus, und das Schaufenster hat ein bisschen was liegen, warte, dass man sieht, wie er was war. Mit den Lotsburg kann ich halt nicht durchfahren, da muss ich mal stehen bleiben. Ja, du kannst durchfahren, aber wahrscheinlich. Einmal! 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 Entweder hab ich dann kein richtiges Dackel mehr oben, oder ich hab kein Dackel, eins von beiden. Ein bisschen nieder ist es, ja. Aber die waren fair, das muss man sagen. Aber du bist doch alle in Niederösterreich, oder? Nein, aber das ist in Burgenland. Aber trotzdem nieder. Ja, nieder bin, du warst nieder. Dackel? Dackel ist dann nieder. Ja, dann bin ich in Niederösterreich. Ja, dann hab ich ein niedriges Dach, ja. So ist das gemeint, ja. Ja, jetzt werden wir meistens draufgekommen. Mit diesen Wortspiele. Ja, je flacher der Witz, umso schwieriger. Ja, so ist es, ja. Und trinkt's auch bei euch noch, aber jetzt seit Mittag schon. Ja, bravo. Ja, da ist ja noch anammiert. Du hast zu wenig geschlafen, oder? Wer war denn jetzt das, der da gehend hat? Ich glaub, das war der Herr Ritschi. Ich nicht. Da gibt's den... Nein? Nein. Der Herr Ritschi, der gibt's ja zu, schon. Liesl tut's noch bei. Okay. Ungeschön, der Wein hat nicht gefunden, aber ich glaub, das wird noch kommen. Was hast du denn vielleicht für nächste Woche gemacht, heute? Von Video her? Video? Ja. Wenn du das heutige Schatz noch schaust, dann weißt du was gehört. Ah, das hab ich noch nicht gesehen. Okay. Das wird mal durchgebrochen auf YouTube, kann ich da verschwinden. Echt? Ja, da hab ich alles berücksichtigt, was ich in den Analysen der letzten 20 Jahre für YouTube gemacht hab, hab ich alles in das Video gepackt. Aha. Ja. Einfach eine hübsche Frage gefilmt. Mhm. Nein, bin ich tatsächlich mit einer mitgefahren, einer Landwirtschaftsstudentin, die in der Hexler Gruppen als Anfahrerin mitfährt. Mhm. Und die hab ich ein bisschen... ...interviewt. Aha. Ja, dann werden wir mal gespannt sein. Das Ergebnis wird sein, sie wird dann noch fein sein, und mein Kanal wird... ...wahrscheinlich... ...unterschied werden. Hahaha. 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 Aber geh eh. Ja, das war wirklich nett. Also muss man wirklich sagen. Hat schon über den Neuseeland schon mal Praktikum gemacht, aber halt ein Auslandssemester in Norddeutschland und den Viehbetrieb war schon... ...ja... ...und da jetzt halt so ein bisschen... ...das Ganze wird man ja vom Erl 6.955 mit einem Dämpner-Tri-Dämp-Hunterweg sein. Ja, der hat bis auf 200 PS aufgeschlagen. Ja, ich denke mal... ...lucky-Gamer. Servus. Aber wie haben wir voll auf... ...also eine Auffahrt gefahren sind für Überführung... ...da waren trotzdem 200 PS, habe ich kurz deutlich gemeint... ...hoffentlich fahren wir nicht rückwärts im Bildweg. Hahaha. Läuft, da haben wir mit 5 km aufgeschlagen. Ja, weil da 105 PS ist doch ein bisschen schwach, denke ich mir... ...wir drehen. Ja. Ja. Aber das ist die unterste, die untere Grenze, glaube ich. Ja. Aber bei unseren Lohnunternehmer bürgert sich das tatsächlich jetzt ein bisschen eh... ...dass die an den Silirwegen... ...die eher an 200 PS haben und nicht mehr an diese 300 PS. Warum eigentlich? Sprit... Ich glaube einfach... ...ja, jetzt scheint es, dass das Spritgewicht... ...das ist jetzt mittlerweile... ...preis natürlich auch... ...aber so wie das am Anfang war, da hast du ja einen neuen 36er Fan... ...da war ja das Standard-Zuggerät in der Brüder. Richtig. Richtig, ja. Das sechst du so gut wie gar nicht mehr. Also das ist vorbei, das sind eigentlich alles so... ...macht... ...24er, wenn da mal dranhängt, ist... ...grass... ...724er sind oft dran, 722er Fan... ...ääh... ...maja... ...ääh... ...6215 ist dann auch schon groß sein. Mhm. Also das hat sich alles noch unten geglaubt. Und die KMH, glaube ich, auch bei uns merkt man schon. Ja... ...die fahren nicht mehr so viel, was die schneller gehen, als die 50er... ...und die kommen schon wieder retour. Ich glaube eh, unter der Raffenverschleiß ist auch enorm größer. Der Raffen... ...und was bei uns der Fall ist... ...und du kriegst keinen Fahrer, weil du ja dann einen ausgebildeten Fahrer brauchst. Und mit 40 KMH... ...unsere Lohnunternehmer haben fast alle ihre Schlepper wieder auf 40 KMH... ...weil die Hänger meistens auch gerade auf 40 KMH zugelassen kann. Mhm. Und dann kann halt... ...äh... ...kann halt ein 18-Jähriger oder ein 16-Jähriger das gespann fahren. Ja, genau. Aber bei 50 KMH haben sie keinen Fahrer mehr gekriegt. Also ich hab mit einem Lohnunternehmer vor kurzem geschmeitzt... ...die haben gesagt, der hat noch vier Schlepper auf 50... ...und das sind eigentlich... ...Schlepper, wo die festgestellten Fahrer drauf sitzen. ...die auch Bodenbearbeitung und so Sachen machen... ...und denen die... ...in die Abfahr... ...in diese Lüge... ...Gruppen... ...ist meistens wieder auf 40. Dann brauchst du dabei keine eigene Ausbildung? Ja, das ist dann schon der... ...ich weiß nicht, wie sich der Führerschein nennt... ...der LKW-Führerschein. Und da die Biogas ja von... ...bei uns in der Gegend von eh umbetrieben wird... ...ist ja so, dass du da mal diesen... ...gewerblichen Blablabla Schein auch noch brauchst. Weil das eine gewerbliche Dienstleistung ist... ...und keine landwirtschaftliche. Also musst du diesen Berufskraftfahrer Schein auch noch haben. ...das ist... ...das ist... ...das ist bei uns so'n... ...so'n Glick noch nicht davor... ...das muss ich auch sagen, oder? Ja, naja, ich mein, wenn ich... ...beim Kuppel... ...ein... ...ein 50 kmh-Schlepper fahne... ...dann ich darf nur fahne... ...weil ein LKW-Führerschein habe... ...weil ein LKW-Führerschein habe... ...weil ein Nachbarschaftshilfe... ...und landwirtschaftlicher Transport ist... ...das darf ich die fahne... ...aber in der Biogasanlage... ...der verdient in so einem Schlepper... ...weil ein LKW-Führerschein... ...und ganz mein LKW-Führerschein... ...ja, dann brauch er's noch mal... ...in C95 nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, wie die... Ja, C95 heißt das, die Ausbildung, ja... ...seit ich meinen Büroschein gemacht hab... ...ich hab den irgendwann einmal... ...umschreiben lassen... ...und ich könnte nicht einmal sagen... ...was ich hier gelassen hab... ...und irgendeiner... Nein, C95 ist nur das... ...die Weiterbildung... ...und das wie beruhigt... ...und das wie beruhigt... ...ja... ...de was du eigentlich brauchst... ...was ich gesagt... ...ja... ...also was bei unseren Abfallgemeinschaften... ...bei den... ...was tust du... ...ah... ...und du hast mir die Ohr weisen lassen... ...irgendwann... ...ja... ... mir ist nur mein Headset abgefallen... ...und... ...laptop... ...auf Tastatür... ...ich hab mir gedacht... ...aah... ...Wahlzeit... ...Herr Steinbock... ...servis Sascha... ...ja... ...gein Problem... ...ich hab mir gedacht... ...igentlich wollte ich mal einen Pfeifer... ...leinern... ...und einmal voll eine Pfeifen... ...und schauen... ...obst du einen Tilt... ...und saß... ...ja... ...den hab ich ja... ...den hab ich dann gehabt... ...meinst du... ...das... ...Maike... ...jetzt ist er wieder da... ...sieh ja was... ...Maike... ...sieh... ...Maike... ...sitzen wir am Häcksler... ...ich hab mir gar keine Fotos... ...heuer gekriegt... ...für die Häckslereien... ...oh ja... ...eins hat einmal... ...geschickt... ...sieh... 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 ...ich glaub... ...der Maike... ...muss nicht am Häcksler... ...sitzen momentan... ...in Wille... ...weil... ...und schimpft er immer... ...so viel... ...doch... ...will genossen... ...in Brandenburg... ...na super... ...haben sie das da... ...ein Jahr gemacht... ...Maike... ...ja... ...ja... ...sieh... ...wenn wir da noch mal... ...Ortskontrollfahrt machen... ...sieh... ...duh... ...du fährst... ...du fährst... ...du fährst mich kontrollieren... ...das weiß ich noch nicht... ...irgendwo würde ich hinfahren... ...so ein... ...lucki... ...lucki... ...du fährst du jetzt schon durch... ...bist du noch... ...ja... ...der Timo... ...der Kröger... ...der Timo... ...der Kröger... ...sitzt da momentan... ...den haben noch... ...die Priemen... ...200 Hektar... ...Hums... ...am Mais... ...das ist auch kein Schas... Ich glaube auf dem neuen 7er, was sitzt da? Auf dem Glas? Maximum 7, 7, 7, 7, oh, ich müsste den Discord schauen. Nein, was ist denn der größte 7er oder 8er, 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 870 genau, 870, ja, ja, 870 hat er geschrieben, genau. Oh, Dankeschön, verbindlichstens. Ja, bitteschön. Die Presse ist eh schon ausgeboostet. Ja, dann halt. Ah! Albert. Was? Die Presse hast eh schon ausgeboostet. Ja, für alle. Ja. Warte, deine Eier stinken, aber gefährlich da hier vorne bei deinem Auto. Das weiß ich, das sagt meine Eimer. Achso. Das ist ja leicht zum Niederbühren, gell? Meine Eier stehen gefährlich, naja. Ja, das denke ich mir, wahrscheinlich ist er auch nicht hoch drüben bei euch, oder? Ja, Mike, der Mais. Wie hoch steht er dabei? Fabian, servus, grüß dich. Ich hab dir deinen Preis für mich gespielt, ne? Brav. Ja, Mike, der war aufgeregt, ich konnte nichts dafür. Okay, der war aufgeregt. Ja. Ich hab mir da geschrieben. Eh... ganz schön, Ich hab mir da nur das Gefühl, aber nein... Da leiten irgendwo die Glocken. Ist das im Spiel? Das sind die Eier. Du meinst, das ist das Glockenspiel oder was? Ja. 1,50 Meter habe ich die Tiere. Kann ich noch drüberschauen? Da wird der Druck rausgekommen heuer. Marvin, was hat es denn zum Essen gegeben? Okay, mach ich. Mir stehst du vor dem Putze auf. Boah. Ich glaube, zwei Stikel werden durchgezogen. Wo ist er? Ah, kam raus. Winsch. Ich habe wieder keine. Okay. Schwänzbraten. Na ja. Na? Mhm. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bremsen sind auch schon mal besser gegangen bei der Johnny. Ja hör mal, ich hab schon verstanden, dass du einen Schwänzboden gerissen musst. Ja, bei 1,50 Meter wirst du alles sehen, da siehst du sogar drüber. Gut, obwohl ich ehrlich sein muss, der Maike, der ist aber ein großer Mensch. Maike, wie groß bist du? Du hast 85 sicher, gell? Nein, du bist sicher besser. Mach dir Fotos von Facebook her. Wieso ist der jetzt leer? Ich hab keine Gehreste mehr. Ich hab nichts mehr drinnen, oder was? Jetzt hab ich die ganzen Gehreste verfahren. Kev, Kev, servus, grüß dich. Weißt du, was brauchst du, war zu meiner Hecht? Kev, servus, grüß dich. Okay. Anteana, äh, siehst du das? Okay. War gar nicht so schlecht mit den 85. Er hat vor die Eier vorher gerettet, dass du dich rauskennst. Wo ist der Erwin? Maike, wo ist der Erwin? Wir erinnern... Wir wollen uns Wohnungen putzen, oder? Genau. Wir erinnern uns, schaut, ist der Ritschi. Im Sprach ein bisschen. Der Old Warp ist so, der Albert und der Jockey. Erwin? Ich nix erlesen, Erwin. Aber vielleicht hab ich ihn nicht erlesen, nein. Der war vor Mittag so da. Oder er hat mir in der Kampf geknackt und ist sich mit ihm in der Kampf geknackt. Der hat in unserer Armut, der muss putzen. Der Hacker. Der Hacker, ja. Die Hacker. Das muss reichen. Nichts, jetzt singt er mir. Du sollst ihn anrufen, Jonas, hat er gesagt. Nein, da ist der John Deere sitzt er. Okay. 1.000, das sind nicht die Häcksler, gell? Bitte, stimmt das, gell? Das sind die Häcksler, oder? Ja, ich will nicht gerade, weil bei 1.000 ist er dort schon Knicker oder Rappen, oder? Also früher waren 8.000, da kann er was sehen. Nein, nein, nein. Ein Ding. Ein Häcksler. Ein Häcksler ist das, glaube ich. Ach so, ja. Das kann sein. Aber bei den Häckslern darfst du nichts fahren. Ich glaube, der ist ein 9.000er, da hast du den I irgendwie, ja? 9.000, keine Ahnung. Also medischer hätte ich dir noch sein können, bald schon die Häcksler. Da gibts das W.O., gell? Das ist durch das, dass ich das selber überhaupt nicht hab. Maike mache, sag ich ihm. Niklas, einen schönen Gruß von Maike soll er ausrichten. Oh, den Kopfhörer auf. Nord. Mit der Homepage. Technik. Ich glaube, das sind die Häcksler, die 9.000er. Ah. Spannende. Selbstfahnen für Feldhäcksler. 8.000 und 9.000. Hm? Feldhäcksler der Serie 9000 mit Erstklassiker Erntegut, Analyse, und Dokumentation. und vergleichlicher Fotogoralität in einer besonders robusten Umkörner-Ansaison. All das angetrieben von ausgezeichneten Motoren sind die selbstfahr- und verwechselndes Serien-Montar sind bereit, eine neue Stufe bei der Ernte einzudämmen. Also da merkt man, dass du auf John Deere drauf bist. Genau. Das lest sich wie im Bilderbuch, oder wie? Ja. Wenn du das Thema lest, dann meinst du... Es gibt nichts anderes, gell? Da bin ich selber als Schlüter. Nix auf der Welt gibt's anderes als das, ja. Keine Wildschweine, nix. Nix, 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 nix. Der Marvin hat ja größt, Rüttchen. Das ist Marvin. Das ist jetzt auf der John Deere Homepage war. Jetzt lese ich es ja. Marvin, sorry, ich hab dich dann tatsächlich überlesen und ebenmaßen überlesen. Ach, da steht's, die 9000 sind die Hex-Slyer. Wenn du da in Ehlerbach rings... Weißt du vielleicht zufällig, wo Ehlerbach ist und was für einen langen Kreis? Weißt du auch nicht, gell? Wolltest du mit mir? Ja. Bei der... Dann lassen ich immer. Ah, nix, gell? Nein. Also zumindest nicht im Kreis von 100 Kilometern von mir. Und der Ehlerbach Ober... Ich weiß nicht, ich schau mal. Landkreis Aachen-Friedberg, okay. Jetzt hab ich es gefunden. Ich hab das doch... Ich hab das doch... Ich hab das doch gesagt. Ich hab's irgendwo von einer Toflume gelesen, gell? Eich... Warte einmal. Eich-Aach-Friedberg. So heißt das Landkreis. Eich-Aach. Okay. Gut. Wo liegt's denn das eigentlich? Ganz weit weg von mir, aber... Ausreichend weit weg. Ist aber nicht einmal in Bayern, oder? Puh, wir sind schon noch. Ach, okay. Eich-Aach-Mir sind schon noch, weil das ist irgendwo bei Augsburg. Also ich gehe davon aus, dass das nach Bayern ist. Albert, hast du gesehen? Wir spielen auf einer bayerischen Map. Wir sind in Bayern und du weißt das nicht. Ich weiß das nicht. Das ist Augsburg. Augsburg ist weit weg von mir. Achso. Oh weh. Wir müssen jetzt einmal überlegen. Ich glaube, dass ich... ...zum Albert... ...nit recht viel näher habe, wie nach Augsburg. Achso. 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 Ich glaube, dass ich... ...ist nicht einmal direkt eine andere Richtung, sondern so... ...dreieckmäßig, aber ich glaube... ...oder Albert, ich schätze, dass du... ...vieleicht 30 Kilometer näher an mir dran bist, wie Augsburg. Ich kann das Fahrrad jetzt gar nicht sagen, wie weit das Augsburg von Augsburg ist. Das ist so... ...keine Ahnung. Ich weiß es dir jetzt auch noch... ...aber ich... ...also vom Gefühl her würde ich sagen, dass du näher bist bei Augsburg. Bellerbach gehört zu Augsburg. Doch. Okay. Also für die... ...ja... ...aber ich glaube, ich habe... ...und ich bin gespannt. So, inzwischen nicht gespannt seid, gehen wir noch ein Stückchen Torte holen... ...und auf Balkon hier auch... ...eine schnell rauchen... ...weil jetzt reingehen. Ja genau. Jetzt könnt ihr zuschauen, wie der Oltwapel da anlohnt. Wie viel hast du noch zu anlohnen, Albert? Das sind die Letzten. Super. So, Joachim, was machst du gerade? Ein bisschen Silage verkaufen. Aha. Wie lange brauchst du noch? Wieso? Ja, weil dann kommen nämlich vier dran, weil ich glaube, der Albert hat auch keine Arbeit mehr, gell? Ja. Dann... ...nimmer, ne? 70 Kilometer sind es mehr. 70? Entweder... 70 habe ich nach Augsburg mehr. Ja, aber da müssten wir sagen, bevor wir eine Rauchen gehen, wir haben viele dran. Sonst kann keiner bestätigen. Ah, da ist ja ein Rauchen. Ist wichtig. Echt? Gut. Ja, da kann in der Ruhe ein Balkon gehen. Ich schau mal, ich geb mal die Rauchzeichen nach Bayern ab. Dann Herrn Erwin. Wir können halt derweil einen Bulldog anschmieren oder sowas. Ja genau. Wurschen in den Regen, oder? Da ist ein bisschen aufgemacht. Da geht es leicht runter. Ja, da geht es leicht runter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du kannst nicht mehr auf dem Alp betrafen. Wo ist er denn, wo ist er denn? Da ist er, da ist er. Aha, da ist er. Jetzt geht es uns hinaus mit Teierballetten. Da ist er hauptsächlich am Brezen. So hat er auch mitgenommen. Bitte? Nein, das ist mein kleiner Bock. Ich habe sich vom Bäcker auch noch was anderes mitgenommen. Ritschi hat noch Hunger. Ja, langsam sieht es ein bisschen besser auf die Nacht, finde ich. Der ist recht neu. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir die Fotos angeschaut, weil gestern hast du das geschickt, ja? Hat er mir über Wattrepp geschickt. Aha, Sonnenschein und Mai. So, was haben wir gesagt? Gehen wir jetzt anbahnen? Der Semmel, bitte. Sorry. Jetzt schon kein Problem. Ich habe Unkraut, ich habe Menschen bekämpft. Sicher? Boah. Jetzt schon wieder, jetzt habe ich gerade erst umgemodelt. Nein. Ein Feld. Zwei Feld. Zwei Feld. Uiuiui. Oder? Ja. Ja, hilft nichts. Oh, drei Feld. Drei Feld. Das ist auch so ein Straffchen. Ja, das ist auch so ein Straffchen. Ja, das ist auch so ein Straffchen. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Oh Gott, bekämpfen. Pfff. Muchas gracias. Cool, wenn wir jetzt Pfeffer besser werden. Was ist der Pfeffer besser? Habt ihr es gehört? Richi, was ist der Pfeffer besser? Das ist wie so ein Bifi, das Landjäger so spielt. Cool, besser. Mhm. Aber meine Kleine hat gerade gesagt, wenn ihr das Herz solltet zu mir sagen, ich soll mich schämen, weil ich so rumkommandiere. Okay. Du hast ja nicht rumkommandiert. Du hast ja nur gesagt, es wäre gut. Anweisungen erteilt, ja. Anweisungen schön formuliert. Eine Knacker. Na, ne, ist schon wieder was anderes. Genau. Eine Knackwurst ist eine Wurst mit links und rechts zwei Zipfeln dran, oder? Gipfelstürmer nicht mehr an. Pfeffer besser dort. Okay. Südtiroler Gipfelstürmer Mini. Affo Mini. Mini? Und mit einem Mini hast du genug gehört. Ja, sie hat mir die ganze Backen gebracht. Also geht's. Also geht's davon aus, dass da nix überbleibt. Das passt nicht auf. Dieser, ich gebe nicht rein. Boah. Wie macht das denn noch? Hat er nicht, sonst gibt's nicht. Heißt du, ich habe nicht gehört. Ja, jetzt habe ich schon. Du wahr ich hab das denn. Krass. Ja, da ist man richtig mit, wenn wir da dazu jetzt schon. Die ganze Zeit. Ja, da sind wir richtig mit, wenn wir da dazwit schon. Ich habe schon, dass ich kein Livestream machen kann. Ja gut, dass ich vorher gegessen habe. Guck mal, guck mal. Pfeffer bei den Regeln von anderen Sorten. Aha, okay. Ja, jedes heißt glaube ich anders an keiner, gell? Ja, da striegeln ich ja wieder. Jawohl, machen wir das wieder weg. Ich glaube, die haben das ganze Junkrat schon bekämpft. Ja, 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 ja. Ich glaube, die haben das ganze Junkrat schon bekämpft. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Schau, unser Erwin. Schönen Nachmittag, Erwin. Servus, Erwin. Er ist eine wandelnde Chemiefabrik. Was tust du mit der Chemie anwaschen oder reinigen, oder was? Ich hab das eh gesagt. Hättest du ihn mit dem Raum reingestellt, eine Dynamitstange rein in den Kübel und fertig. Erledigt war der Fall. Aber nein. Wurchtet nicht auf mich. 10 kmh. 5.7, so passt es. 11.19, Servus wieder. Nein, Pili. Jetzt hat der Hund wohl schnell geklappt. 10 kmh. 8 kmh. Mit einer Wursttaube und der Pili hat eine Zündung. Bis er wachsen wie der Kühlschrank. Nein. Pili nehmen wir als der Hund, oder? Mhm. Ja. Attacke. Im Gegensatz zu mir hat der Hund schon gesen. Erwin hat den Stromschlag gut überstanden. Was für ein Stromschlag, Maike. Was hab ich da nicht mitgekriegt. Vor dem Mittag fahrt da irgendwas. Was für ein Stromschrank. Ja. 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 Es ist das. Ja. Ja. Ich bin der Hund schon gesen. Ja. Das freit mich, Herr Leis, 19. Ja. 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 Mal, was er gestern angestellt hat. Okay, Mikey, ich werde ihn auch erwähnen. Ich soll dich fragen, was du gestern angestellt hast. Das kommt wahrscheinlich keine Antwort. Wenn es dir zu lange ist mit dem Schreiben, kommt mir einer. Du kannst es uns erklären auch. Dann hätten wir wahrscheinlich 100%ig alle was zum Lachen. Weil live ist er noch nicht gern dabei, glaube ich. Trotzig zu schreiben, oder braucht er zu lange? Ja, ich glaube ich war in Summe kurz 20 Minuten. Ja genau, da warst du noch kurz noch. Keine Ahnung. Also gleich fest, das Trieb zwar länger. Ja, nein, ist schon klar. Da war ein Kumpel schon wieder. Alles gut überstanden, hätte ich bloß nicht losgelassen. Okay, jetzt macht er einen neugrig. Dann hätte ich alles überstanden. Ja, was hast du denn angegriffen, was für ein Gerät? Oder in welcher Steckdosen haben wir den reingebohrt mit dem Nagel? Oder was hast du denn reinigen wollen? Keine Ahnung. Klerungsaugen. Oder wer hat denn den Strom geschickt? Oder wer hat denn den Strom geschickt? Ja, das ist ja nicht. So, wo bin ich und wo es jetzt ist. Nasse Finger und Strom sind nicht gut. Du bist da einer, gell? Ich hab mir das gedacht. Ah, und ich will da vier. Warte mal. Ich bringe mich rein, ich stell mich auf die Wiesen her. Wie kannst du mir das machen? Wie zwei Profis. Einmal frei. Mein Headset pfeift die Batterie. Ich glaub irgendwas. Ich muss mich Richtung Steckdose nicht aufgegeben. Headset einmal, gell? Jawohl. Du willst schau dann rein und nachher wieder. Kein Problem, gell? Jo. Okay, okay. Ja, ich schreib. Ich schreib. Einfach stattreden. Du kannst aber rein, also kein Problem. Ohne Headset wird's schwierig. Ja, das glaub ich dir ja. Etwas, ja. Okay, bis gleich. Passt, tschüss einmal. Ich schau raus. Markus, servus. Hallo Ritschi, genau. Ja, hallo Ritschi, genau. Sein Headset hat sich verabschiedet, gell? Ja, hallo. Hober, ja, wie das schreiben. Sein Batteriesla. Ja, dir was deschi, servus Marcel. Aber mit dem Umkreuz hat man es eigentlich ruhig. Und das ist ruhig. Ok, 11.19 bis nachher. Bis später. Boah, eine Woche noch Geräste kommen, noch habe ich dir recht. 10, 11, 11, danke für die Likes. Irgendwie jetzt gerade einmal, wo sind die hergegangen. Siehst du noch das Studio, dass da über 40.000 Kubikmeter fährt. Die Rucht ist ein großes Wasser. Das war fast Zubringer. Wackers. Oh. Oh. War prima! 31 Kubik Ah nix glanz 31 Kubik Gülle Was hast du da natürlich für das Sauggewicht Wahnsinn Da bewegen wir sich auch nicht unbedingt in realen oder wie Also real, also offiziell oder wie sagt man das so Ah 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 Okay Ja mit einem neuen Fahrrad sitzen Okay Du hast aber dann genug Gewicht Ah ich werde hoß da irgendwo ungeräumt oder? Genügend Hätte genügend Bist du auch ja auch beim Unkraut bekämpfen oder? Nein ich hab nix Du hast nix? Kein Unkraut? Ja Unkraut, ich hab noch nix Na du hast vorher gespritzt oder? Mhm Ja Du bekämpfst das Unkraut schon vorher nicht Ist das Beste oder? Genau Genau Bei mir ist alles Bio Solang sie den noch ausgeht ist alles Bio Beim Düngen wird es bald knapp Ja Ich glaube ich brauch ne größere BGA Achso das Modul hätte man gesagt Hätten wir sich mal angeschaut Naja Haben wir wieder vergessen Ich hab nur gerastet Ich hab nur gerastet Ja mit geschlossenen Augen Ich hab nur gerastet Ich hab nur gerastet Bei der Wertspiel von dem Gehe, 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 Gehe. hm hm ob es in der Oliang Café oder ob es in Deutschland ist Also ich trink kein Bier. Okay. Ich kriege einen Anruf. Ja, ich höre es. Was trinkst du von Altpungel? Vakanau oder was? War nix. War nix. Okay, so wie Uppur. Vielleicht einmal nach dem Kröller mal was an die Tür oder so was an der Tecke. Dann auch nur, wenn ich nicht mehr arbeite. Ich habe nur so ein Stamperl. So selbstgebrannten Sortiges. Weil ich zu viel Fettes gegessen habe. Das ist der einzige Wohl, was ich trinke. Das nennt ich noch Medizin. So ein Stamperl oder eine kleine Flasche. So ein kleiner Hocker. Aber das ist schon wirklich alles. Echt alles. Was meinst du Markus mit nein? Habe ich gesagt alles Bio oder was? Ja, 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 ja. Habe ich gesagt, ja. Ich bin Kunstingersteller oder weiß ich nicht. Ob ich da jetzt durchkomme. Mit der ganzen Bühle. Und mitgearrestet. Da bin ich mir nicht sicher. Das sehen wir euch nach der Ernte. Ich glaube, mein Biogasanlag ist zu klein. Ich übe zu wenig ab. Aber so gefällt es mir ehrlich gesagt besser mit Strieglöse mit der Spritze. Und außerdem mit dem ein bisschen was zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Ich habe nicht zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Und dann steigt mich zu tun. Ich bin ein bisschen was zu tun. Ich bin ein bisschen dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Eintönig! Was passt denn du noch alles an, Albert? Eintönig! Nein, anbauen hast du nichts mehr? Nein, ich hab meinen Rasen und meine Soja-Bahn. Eintönig! 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 Ok, ok, ok. Hast du jetzt einen Arbeitsbefehl für den Montag gekriegt oder wie? Äh, nicht direkt. Aha, ok. Ist nicht direkt, aber indirekt. Na, ich muss einmal umfahren und das ganze Zeit holen, weil mein Ortskollege hat sie zwei Rippen gebrochen. Oh, das Beispiel. Schön! Das ist gut, ja. Ja, ich denke, der Fußballspann, da kann man schon wieder Rippen brechen. Ja, wenn man mit einem Arm und Samen putscht. Die Ungarn spielen brutal, du weißt. Allgott. Ja. Also der ist aber dann ein bisschen länger außer Gepächt, gell? Ja, zwei Wochen auf jeden Fall. Zwei Wochen kommt es bei einem Rippenflug aber nicht zu. Mhm. Ja, ein Flugzeug zwei Wochen anscheinend. Ja. Wahrscheinlich vorerst. Vorerst mal, ja. 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 Warte, der mit der Motor sogar, mit der Zug ist auch nicht schlecht. Ist mit zwei Wochen nicht ganz gut gekommen. Ja. Ja... Ja, ich bin auf jeden Fall. Ja. 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 Schuss. Ja. 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 Ich brauche eine stärkere BGA. Was Problem ist jetzt, dass die größeren BGA sind und die stärkeren sind die Kürzkosten. Ja, ja, das ist der Grund. Okay, fertig. So, was habe ich noch alles zu tun? Wo bin ich? Fängt mich nicht, ich finde mich nicht. Gibt es ja nicht, wo bin ich denn? Auch da. Da habe ich alles gestriegt. Auch keine Sonderschicht, oder wie? Untertitelung des ZDF für funk, 2017. So, wird es jetzt nicht einfacher. Also, das ist ja nicht so schlimm. Ich sag aber so schöne Bilder, wo die Blühen wo die Bärchen langsam schießen die Höhe, oder wie, kein Geld Jaja Ja, da musst du dich halt in Geduld geben Die Hobel Geduld hätte ich ja, aber nicht so viel Aber der kleine hat so einen guten Wendekreis, das ist ja Wahnsinn Ach so, bei den fünften Serien habe ich schon gesagt, ein Mischstrahler wird nicht schlecht, gell? Gut, dann geh ich mal Eier verkaufen und dann schauen wir, was so ausgeht Ups, und so eine Kiste haben wir auch nicht oben, gell? Nein, da hat keiner wollen, gell? Oder? Haben wir auch nicht oben? Was für eine Kiste? Naja, so eine Transportkiste, so eine kleine, wie heißt er? So, Kippenmulden Kippenmulden, danke, genau so, ich mein's ja Nein, haben wir leider nicht oben Nein, haben wir leider nicht oben Das ist das Ding Das ist das Ding Wollen wir nicht, ne? Wollen wir nicht, ne? Das ist so eine Trink, ne? Wollen wir halt keine Wollen wir halt keine Wo soll ich denn die jetzt oben haben? Dann schauen wir mal, was ich verkauft kann Ich hab so einen kleinen Hänger, da wo drei so Big Packs reifigingen Nimmst halt den dabei Ja, einen kleinen Hänger, welchen hast du denn da? Bei DWS ist das Achso, dein Auto, dein Auto Ja, okay Du brauchst ja den kleinen Bulldog, am größten Schaden Schau dir ein wenig blöd aus Das ist ja so gut, so Gottigkeit, ich will und kann nicht, gell? Aber, ich muss dir jetzt anzu Der Ledli Das ist ja, geh bei mir um den Sekt Die bringe ich ihm einfach zu Fuß Achso Dann kann ich ihm den Fuß bringen Jetzt ist ja grad einmal nur drei Meter Ups, jetzt hab ich gleich abgeschmissen Und wir haben gleich ein Speis Und die Ölste Heuer hin Wir haben gleich ein Speis Rührei Ich bin nicht gut, sind 1400 Stücke Ei Das ist ja gar nicht, bin ich sehr einfach 1400 Stücke Ei Ja Kann man mal Geld kriegen Ja Naja, 2700 trinkter Paletten Naja, besser ist gar nichts, oder? Ein Mischstrahre geht sich da noch nicht ganz aus, gell? Ja Ja, da brauchst du noch ein oder zwei Paletten Ja, da brauchst du noch ein oder zwei Paletten Ich glaub, der Kokolusch wird vielleicht sogar sein, hm? Ich glaub, der Kokolusch wird vielleicht sogar sein, hm? Eier verloren Ja Eier Eier da So dann Jetzt schauen wir, was sie ausgeht Ui Ui Gar nicht böses Ja Okay, es gibt dabei noch keine Mischstrahre Kein Problem Ist ja auch kein Problem Ja, ganz schön Hier hat großer Mann weich Ja, ganz schön Ich leide noch nicht Ich leide noch nicht Ich leide noch nicht Dann passt das schon. Was sollst du striegeln haben? Ja, das wollen zwei Felder haben. Also eines, das wollen wir jetzt abfangen, und dann das andere. Joachim, was tust du denn dann nachher? Hm, eigentlich nichts. Du bist mein Vorfeld, der Mann trinkt zwei Eier. Ja genau, so 1.300 Kilo Paletten, kein Problem. Eigentlich tust du nichts, hast du gesagt, gell? Würdest du dann... Nein, ich tue nichts. Was für Mehlwerk kostet du? Hm, Böttinger, Breit. Breit. Ich kann da Schwaden, oder ich kann da... Das meine ich, du kannst da Schwadenablager machen, oder? Ja. Ja, okay, die Böttinger Butterfly. Gut, testen wir dann, ob wir das große Feld, weil das wird schon sein, ob man, äh, Schwad, weil dann kannst du nicht pressen, weil dann bis der Albert dann soweit ist, 106 ist das so. Weil bis der Albert dann soweit ist, weil dann werden wir Ski wahrscheinlich vierig. Hätte ich nie geglaubt, dass wir der Karten im dritten Jahr, sind wir im dritten Jahr, oder? Ah, das zweite Jahr ist das. Nein, das dritte, oder? Das zweite erst? Zweite erst. Zweite erst. Zweite erst. Na gut, dann ist es ein Jahr. Ja, dann ist es ein Jahr. Also, man denkt, wir sind schon im dritten Jahr, und damals muss man so oft Tieren haben, und Tieren, oder? Ja, ich glaube, das ist ja okay. Ja, ich glaube, das ist ein Jahr, Einen zweiten, ja, 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 ich hab jetzt da gerade umgeschaut und hab da was anderes er blinkert und ich hab jetzt dritten gesucht. Es wird aber jetzt schon schön aus. Wir haben jetzt dann Völkert und so und alles. Ja. So ist das. So ist das. Immer nicht ganz ausgebrochen, wurscht, oberhobeln. Gibt's ja nicht. Machst du das groß? Ja, muss ich oberhobeln, weil sonst gibt's ja nicht einmal gescheit einen zweiten Schnitt. Mhm. Und ich find's auch schöner, wenn man sich nicht gleich alles auf einmal leisten kann. So ist das, weil man überlegen muss. Ja. Das ist ja nicht. Man muss sich überlegen auch, was macht man eigentlich und was tut man, ja. Kaffe ich mir das jetzt, oder warte ich noch, ne, das ist dann... Was ist wichtiger? Kaffe ich mir ein Feld oder kaffe ich mir lieber die Maschine zuerst? Sonst ist das ja... Jawohl, Philipp. Grüß dich. Ich bin am Nachmittag. Ich bin am Nachmittag. Ich bin am Nachmittag. Ich bin an der Nachmittag. Gut, jetzt könnt ihr ein bisschen zuschauen beim Mähnen, und bei weit und so. Ich muss mir ein Taschentuch holen. Mir läuft ein Eis. Das war's. Ja, ein bisschen was wir jetzt schon sehen. Ja, man kann dich erahnen da hinten. Jetzt kommst du, jetzt siehst du dich. Jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So viel Reh am Aneinander, Reiner, Servo, Daniel, Rüe, Tee Na, was machen für Sachen heute? Er ist wieder am Fußballfelder Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Er spuckt immer durch eine Bum, Bum, Bum Wenn er zu wenig reinkriegt, wird er in die Presse ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Geschmackssache, Marvin, ja. Einer mag Gas, der andere mag das. Ich bin halt da mehr die Böttinger. Ich bin halt da. Hier, das können vier Meter Synchro-Verböttingen, aber den gibt es leider nicht. Der Klopp, der war echt schön. So, und weg. 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 So. So, und weg. So, und weg. Boah, ich glaube Kingmode, du müsstest jetzt legen, ich glaube aber ja. Da ist der Bike gestanden, ein Ding aufgenommen vom Original fahren. Ups, mein Dünger wird ziemlich klein. Bogen nicht, das geht an. Bogen nicht, das geht an. Oder einen schönen Sound mit dem Overdrive. Die Losgeschaltenstufen, das hört man richtig. Das ist ein stufenlos, das ist fast zu schalten. Okay, jetzt so richtig. Ich bin ein Trottel. Wollen hätt ich da rein sammeln vorher. Gehen wir wieder das Tal umfahren. Haben wir ja schon lange nicht gemacht. Wie kommst du so? Jetzt sind wir schon lange nicht zur Leidung gefahren. Er stottert. Warte mal, wenn ich schaukele. Ich muss da ein bisschen Saal umfahren. Kupota-Ballenpreise. Das sind ja eigentlich nur die Umskinden, oder? Batscheinns oder Irremi. Ich weiß nicht, wie ich hab's Kupota-Pack. Joachim, das war halt unser Kind, oder? Ich glaube, was ich da gesehen habe. Ja, ich weiß schon, dass das Back mit den Maschinen ist, ja. Aber was ich gesehen habe, war das, glaube ich, noch das Kind, bei Chance, oder was? Es kann auch sein, dass ich mich hier... Äh, Tiddy, für's Colifors brauche ich wieder einen Lohner, ne? Ja, kriegst du? Joachim, danke. Sofort, ich bleib hier schnell. Jetzt bin ich in einer heiklen Mission. So, geht's, ja? Kriegsdebatte. Ah, gut. Opa, da ist er. So, bitteschön. Ich danke dir. Es soll sogar noch ein bisschen was drin sein, glaube ich. Aber ich glaube, es ist eh Gülle drin, dann haben keine Gehreste. Schauen wir mal. Wissen Sie, was hast du denn für einen Pfänd? Ist der schwarz, oder ist der... Dreckig. Der ist ein bisschen gar überdrehen dreckig, hm? 716 Liter sind es. Ja, ist ja wohl. Du bist so deppert, der hat ja gar weit dreckig gemacht, hm? Wahnsinn, super. Bei der Schrift ist er immer schön weiß, gell? Die hat die Darnfarbe oben. Und jetzt weit reinfahren in meinem Feld. Nichts kaputt machen. Ja, weil du hast den Lohner. Ich bin auch ganz am Rang gefahren. Ich weiß aber nicht, wen gehört das dir? Ja, das ist Joachim oder dir? Joachim, gegen welches? Nein, in Joachim, okay. Das eine Foto vis-à-vis von mir. Jetzt siehst du es eh, wo wir sich begegnen momentan. Das Rechte. Nein, das ist 112. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin aber kurz weggekommen, glaube ich. Ja, tu mal. Das ist bei Margot da. Mhm, genau. Ja, ich bin da jetzt. Ja, ich bin da jetzt. Ja, ich bin da jetzt schon. Ja, ich bin da. Aber ich bin da. Gestern gnocht war mehr los, hm? Mhm. Wieder immer sowas war verschieden, gell? Ja, der macht einen Wirbel, ja, ich weiß. Haben Sie den Auspuff geklaut, das Innenleben, Marvin? Wie? angles, die Haupte, fuckin der Raumuff dedim, ihr stimmt. Mhm. So, ich bin da wieder da und zu kurz. Also, du noch? Du noch? Du noch? Du noch? Nein, wenn ich weiß, ich keine Ahnung, nachdem ich ein bisschen, wenn ich mal fast fertig bin mit meinem Traktor reparieren, äh, restaurieren, zumindest das Gröbste, aber das ist nicht mehr viel, das Gröbste haben wir bald, ich glaube noch ein, zwei Wochenende, jetzt kommen wir dann schon langsam die Kotflügel, alles dran, die Hintern, die Orden sind schon komplett neu, die können dann noch mehr lackiert, haben wir die Hintern dann dran, ja, können ein paar Schweißarbeiten und flicken und ja, Schleifen und so weiter und so fort und wenn das noch mal lackiert ist, dann habe ich etwas mehr Zeit. Dann wird sicher wieder etwas kommen, aber jetzt, der weißer lange da, kann ich nicht immer so extrem lang sitzen, dabei wird, muss ich mich immer ein bisschen bewegen, mein Kreuz und mein Genick, mit der nicht ganz Mitte. Dafür bin ich auch öfters ein bisschen weg, muss ich vertreten und Bewegungen machen. Okay. 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 Mal. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich weiß es nicht, Marvin, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat einen Schock gewesen. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, das ist jetzt mal gekehrt. Ja, ja. Nichts Verbotenes gemacht. Ja, schöne Grüße. Ja, es ist wieder. Es ist schon wieder weg, ja? Ja. Moment. Zurück. Ich muss sagen, das war ein Live-Tag, wenn man ungefähr 1,2 Millionen Leute gehört jetzt. Dann warte, dass ich nächste Woche am Sonntag sicher wieder einen Schädel kriege. Das kann leicht sein, ja. Da sind wir ja damals, bei einem Angebot. Ja, ja. Ja, ich habe gesagt, mir kommt es darauf an. Ich mag schon, aber mir kommt es darauf an, weil ich als erstes glaube, ich konnte es erwischen mit der Verkühlung vom Freitag her. Ja, aber dürfte doch so gewesen sein, wie die Allergie. Das ist so schwarz an Unterscheiden, gell? Der Lieblingsfahrzeug, gell? Ja, also ja und nein. Eigentlich alle drei, die da umeinander stehen mit dem Rebsen, vor allem mit dem, was du jetzt drin huckst. Aber nur, ich habe jetzt den Großen gebraucht, weil die Presse da sind ja nicht dazu. Ich habe ihn eigentlich ausgetauscht. Weißt du, der Presse ist gegangen. Aber sonst bin ich... Das meiste hat eigentlich der Kleine drauf. Und den glaube ich, was du sitzt. Gut, nein, der ist ausgetauscht geworden, der fertig war. Der 36 hat 9,9 Stunden. Der hat 5,9. Ja, den habe ich erst dann genommen. Das meiste fahre ich wirklich, normalerweise immer eine kleine Nummer tun. Der Ding hat 10 Stunden, glaube ich, gell? 10,9, gell? Oder was war er drin in dem Verkauf? Oder 11,9, was gell? Der Simon. Ich glaube, der ist sogar noch drinnen, oder? Nein, ist nicht mehr drinnen. Aber die war halt drinnen, um 87.000. Nein, die mag er nicht. Wenn der KW gewinnen war, ja. Der KW fällt mir besser. Der KW fällt mir besser. Der KW ist schon geschlagen, weißt du? Der KW, das war... Ich habe stark überlegt, da habe ich mir nicht gedacht, der KW war alterer Nimmstatt und Fento. Aber bei den Preisen habe ich mir gedacht, ui, 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 ui. Didi, wenn du den Meter schon willst, mega 200, 3, 200. Ja, meiner. Ja, wie viel? Wie viel? 49.000. Meinen Stunden. Das war gar nicht meiner. Ich bin zwar... Ich bin groß. Nein, nein, das ist nicht einer. Das ist schon alles weg. Ich habe nur einer 40.000. Ich brauche einen Mitrische. Bitte, Stritzi. Mahlzeit. Gut, jetzt habe ich ja einen Hunger, du Kasperl. Was machst du denn? Magst du mit dem Onkel auch eben kurz reden? Ich weiß aber. Was? Ja, drück. Und jetzt? Schalten. Ja, Waltra, T-Waltra, ja. Mit dem Q-Waltra muss man nicht schalten. Ja, ich weiß es. Ich möchte einen Q-Waltra haben, und nicht den T-Waltra, ja? Du sagst das. Der hat mir erklärt, dass man mit dem T-Waltra schalten muss und beim Q muss nicht schalten. Mhm. Der coole Deckel ist Frontlader. Seht ihr? Ja, das meinst du? Ja, 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 ja. Alles gesichtet. Ritchi hat alles gesichtet. Du machst einen Gipfler. Und wenn man nicht angeschnallt ist, geht es direkt ab in den Stall zu den Kühen, oder? Vorwärts. Ich dachte, das sind die alten Automaten, aber früher. Wo es dreht hat, und sind Kogummi rausgekommen. Ei, ei, ei. Es waren noch Zeiten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie nichts mehr zu tun. Ich glaube ich auch nicht. Aber der Albert hat noch so einen Gulden, glaube ich, gell? Ich glaube, der hat irgendwas gewiesen, wenn wir nicht alles täuschen. Oder der Albert ist kurz weg? Mhm. Na, eigentlich warte ich noch mal aufs Führersporn. Mhm. So. Ich habe da jetzt alles gedüngt. Ich schaue da nochmal nach Sicherheit selber. Ja. Alles ist gedüngt. Wachstum. Hellgrün. Da kannst du aber gar nichts mehr ernten, glaube ich, nächstes Monat, gell? Nein. Oh ja, Juni geht schon was. Gerste. Und ich bin mir sicher, dass ich einen Weizen anbaut habe. Auf das traue ich mir wetten, dass ich einen Weizen anbaut habe. Oh, Fütterung. Das war halt gar nicht so schlecht. Was tut das? Hm? Füttern. Füttern. Das war halt bei mir gar nicht so schlecht, sicher. Oh, mein Gott. Ah, ich hab den Müll drin noch. Denkst du mir, ein paar Ziele wollen los? Was? Oh, der hat auch einen Einschlag. Das ist ein Wahnsinn. Der kurze Vierzylinder. Ja, wenn Joachim nichts zu tun hat, kommst du jetzt rein mit deinem Schonni. Oh mein, jetzt war er wieder in den Kontlader drüben geschneit. Einmal vor der Mischung. Anja, Feldbinder, zu Servus. Schönen Sonntag dir. Nein, schon länger nichts gehört. Danke für ein Like. Und, wo ist er mit? Ich hinten bei der PGA, äh, bei der PGA ist, wo es nicht funktioniert unten. Weißt du, der dort bleibt stehen, gell? Ich muss ihn mir nur in den Frontlader holen, deshalb bin ich nämlich in der PGA hier rüber stehen. Ich hab nicht gerechnet, dass ich ihn drüber brauche. Jetzt habe ich die Heubalden und den Rest liegen dafür. Mhm. Ich hab nicht gerechnet. Ich hab nicht gerechnet. Ich hab nicht gerechnet. äh, tun wir uns in den Zweck, oder? ja wird schon bleiben, oder passt schon? Ich beneigere mich auch noch, wie der Mais Plus rausbringt, das mit 2-3 Mal wenden, so schlecht war das gar nicht, muss ich mal sagen, gell? Nein, eigentlich nicht. Arbeitsmäßig hat man halt was zu tun gehabt. Nein, da gehst du jetzt rein. Jetzt muss ich schauen, ob das schon Silagen sind, oder zwar, aber ich glaube schon stark. Ja. 54%? Ich weiß. Aber die Silagen sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Es geht sich nicht ganz so aus, oder? Wenn es fertig gemischt ist das Mischfutter normal. 100%? Ja, ich weiß. Ich mache es immer so, das geht immer ganz super. Was klein ist, oder? Mhm. Oder du schiebst raus, weil drüben wird es gefährlich, wenn du rausgefahren mit denen. Broot her in die Seite? Ich bin уже blind. Ich glaube, Spruch... Ich trafen sie genug, jo. Ein Ballen, aber der Ballen geht nicht. Das ist schon wieder 44%. Das ist die nächste Produzierung, also 44.000, so würde ich sagen. Ein ganzer Hänger, ich denke. Warte, ich hau da auch einen Strohwolle rein. Weil der geht sicher, zwei bin ich mir nicht sicher. Weil der glaub, Strohwolle ist nächstes Jahrhundert, hab ich da. Soll ich das? Nein, nicht da nicht. Du bist ja nicht. So, und da rein fahrst du? Ja, gerade reinfahren und dann kannst du ihn einstrahlen, weil die Strohballen, weiß ich nicht, Hauballen, alles nimmts, aber du kannst Strohballen, ich bin ja eh alles angereint damit, ist nicht weggegangen, Isfeldbahnweg jetzt überhaupt, ist ok bei gleich, sonst wenn wir noch, also, also Galone möchte ich noch mischen, Soll ich gleich gut stehenbleiben? Ja. Guck mal. Hau ihn da runter, wie auch. Ja, ich bin wieder da. Jetzt haben wir da gemacht, ein Jahrzerl, oder mit dem Hund spazieren? Mit dem Hund steigen im Garten, weißt du ja. Ja, ja, ich weiss eh. Sonst habt ihr keine Ruhe, gell? Nein, das haltst du nicht, das garantiere ich dir. Pauli, eine Sendung vorbei, das war's auch, gell? Ja, die kommt doch heute nicht am Sonntag. Achso. Und läuft da nur unter der Woche. So ist das. Nordbrecher. Wie geht's mit, Gass? Ja, kommt's gut? Der ist da hinter mir, ich glaub, der wird die Videos schauen oder was. Das ist gut. Ah. Niklas? Ja, du damit nicht. Der blüht ja nicht her. Schau, hör mal kurz. Schau, hör mal kurz. Schau, hör mal kurz bitte. Boah, ja. Gehst du rein? Gut. Baut er wieder alles runter. Ja, du spielst halt noch mal neben mir, okay? Der Nordplayer hat sich gefragt, wie's dir geht. Du spielst halt noch mit ihm. Hm? Das? Ah, du tust das, okay. Ja, super. Der tut das. Geht's gut? Was spielst du denn gleich noch mit deinem anderen? Ich hab gerade begangen. Bats? ETS, okay. Ja, hab ich nicht gehört, Entschuldigung. Der macht so einen übelten Taktor. Oh. Ja. Albert, was hast du mit du nachher noch zu tun? Ähm, ich geh jetzt rein, ich muss die Wiesen rollen. Ja? Und sonst dauern wirklich nichts. Nichts mehr, okay. Aber das ist gut, ja. Mal schauen, wie's mit dem Fehl, wenn der Fehl, dann muss ich eigentlich noch passen. Ich könnte nix mehr machen. Bei mir ist auch nachher nix mehr, die Fehl, das ist alles... So. Dann können wir es einschleißen. Ja, wird nicht reingehen alles. Einfach nachher zurückstellen und fertig werden. Mhm. 200 Meter Wind hochfliegen. Na ja, schön. Mhm. Schön. Oder nicht schön, oder... Wollt, wie man's nimmt. Ja, ich hab einen kurzen Durst. Danke, Chris. Ich hab aber vorher eh schon gesehen, dass du gefrieren hast. Haha. Aber trotzdem danke dir. Du hast schon bei einer Angewinnigung, glaube ich, nicht gehabt. Ja, ich hab eine Durst. Außerdem muss ich meinen Kreuz bewegen. Aber trotzdem danke dir. Du bist natürlich, gell. Du bist até, du bist doch ... nee, michuter. Du bist ja, du bist da ... acker im Hand мне. puntos fou, ist ja. Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da fliegst du auch noch mal um. Ja. Vielleicht kriege ich auch schöne Einstellungen rein. Ihr seid aber schon alle fertig, oder was? Ja, wir warten. Es ist ja nichts dabei. Tue noch schön in Ruhe. Hm? Ach gut, du kannst auch einlogern. Genau, auf das habe ich gar nicht gedacht. Ach so, nein. Da muss die andere Wiese. Geht sie aus? Schauen wir mal, die ist jetzt nicht gar so groß. Mhm. Meistet der Rest eigentlich ruhiger? Die Reste wirst du auch ein paar rumnehmen, oder? Ja, da ist einer was da. Dum 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 dum. Na? Ah, ist ja umgestellt. Das sind die Häcksler 7,350? Nein. Nein. Das ist ein Traktor 7,350. Marvin. Der 7,350 ist der Premium. Ah, 7,530. Hoppala, heißt der. 7,350? Das ist ein Häcksler? Okay. Kenn ich jetzt gar nicht, ne? Muss einer von der alten Serie sein, oder? Ah, ich weiß schon was ich bin, Hopp. Wie ist das ja eigentlich? Bin. Man, Dünge, und so ist ja auch nichts mit Saatgut und Dünge. Ja. Ups. Auf geht's. In der heutigen Zeit musst du frei vorbestellen, wer weiß. Ja, ja, wer weiß, ob man noch was kriegt, ja. Ja, ja, wer weiß, ob man noch was kriegt, ja. Ja. Geht bei deinem Hänge, glaube ich, die Spung gut, ja. Muss mich gleich sehen. Oh, der läuft jetzt gerade. Fragterm then. Ehhh, du keine Ahnung, der Alex hat sich ein bisschen Auszeit genommen, ich habe geschrieben ein bisschen mit ihm geschriven, jetzt vorige Woche ein bisschen, aber über Whatsapp. And I dunno, ich bin mit ihm gesprochen, bei's ihm recht mal dernier. So wie bei mir, was護 das mit correle pantalla ist. Es geht County Excel to the other hand, aber ich kenne 2008 ausrance. Ich bekomme es wohin, wenn deine Kö walksip. Du, dass er ausgesagt. Ich habe momentan keine Ahnung. Ich weiß, beim besten Willen nicht. Ich habe ja momentan ein bisschen weniger gemacht in der Zeit, wo ich privat ziemlich viel gehabt habe. Aber jetzt, wenn der Winter wieder kommt und der Herbst, schon wieder ein bisschen mehr. Genau, ohne Nummernschilder, der braucht eine Dankmahlzeit. Ich spore mir die Versicherung. Passare gehen wir. Alex K. Passare gehen wir. Uff. Bambambambam. Sominehraltungen. Wack! Eh? Eh? Ah, sieg sie. Boah, 10.000 Euro. Bissl teuer. Was? Der Dünger. Jaja. Es reichen vier Sacken. Die müssen reichen. Vier Sacken sind. Denken. Ich triff der Freund vor, Mann. Da, 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 da. Es gibt keinen ärmeren Bauer in der ganzen Umgebung wie mich. Sicher? Ja. Wie sicher bist du? Sehr sicher. So, hast du Land gekauft? Hast du Land gekauft, oder was? Ja, sicher. Da haben wir auch was gekauft. Ich hab nicht geschaut. Alter, ich tue jetzt Tetris spielen, oder? Einen verschiebe ich nach dem anderen. Irgendwann liegt es einmal um. Vor allem im Frontlader mitgenommen habe, aber weißt du, hauptsächlich, ich hab das alles. Das ganze Zeug. Mhm. Geh runter da. Ja. Das geht nicht. Aber es geht ja. Dazu tut nur noch ein Spanngurt gehen. Uäh. Der hat keine Spanngurt. Uäh. 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 Da ist wie lustig. Wenn das die Polizei, er wenn sie nicht bekommt. So Bus geht, ja. 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 Sie schauen eh nicht so genau, weißt? Ist ja gar keinem aufgefallen, dass da kein Kennzeichen wo ist. Landumssicherung. Jaja. Das große Zauberbord. Ich fahr dafür langsam, Gott. Ja. Ja. Fast gar nicht. Ja. Wie ich letzte hab da gerade was gelesen. Ja. Könnte ich schon. Aber. Wenn man wo reinkommt in einen Raum, normalerweise grüßt man als erstes. Dann wirst du angegrüßt. Ja. Ja. So einfach ist das eigentlich. Normalerweise. Aber wir werden das lernen. Du gehst einmal raus vom Stream. Dann kommst du wieder rein. Dann. Der Philipp der Zauber klatscht einmal in die Hände. Und dann kommst du mal rein. Und dann weißt du was man tut. Uäh. Ah ja. Das war nicht so gut. Aber was schönes gewesen. Okay. Gut. Man kann ja das auch anders machen. Transportstellung. Schauen wir mal Zeit. Und dann können wir mal ausfüllen, was wir haben. Äh. Zahnzweck. Achso. Das ist ja nur der Ballenhänger. Eieieieiei. Du kannst ja da BigPack auch erstellen, oder? Normalerweise im Lauditing. Ja. Aber nicht Partei. Das ist das Problem. Weil das ist nämlich nur... Ich hab mich nur im Ballenhänger genommen. Deswegen, gell? Achso. Hm. Das war jetzt das große Problem. Wieso hab ich einen vergessen? Kev? Ja. Der schlicht auch schon. Ich hätt schon langsam mal in die Kuchen fahren. In die Rechte. Wen hab ich vergessen? Kev? Im Ballenmanns. Da waren ein paar herum. Nein. Nein. Dann geht's schon. Probieren wir's nochmal. Ja. Wir rutschen ja jetzt schon. Aber Joachim, du könntest mitfahren und du könntest alle halten. Geht nicht. Geht nicht? Okay. Geht nicht? Okay. Hab ich bei Piso geblieben. Achso ist das gemeint. Ich wollte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, da noch nicht ein Platz. Wenn ich mein Lenkrad geboren war und ich war nicht so faul gewesen, die Füße vom Hocker runter zu geben, wäre das auch, glaube ich, nicht so passiert. Das ist schon ein Unterschied mit dem Lenkrad, wenn es keine hochkartigen Bewegungen muss. Ja. Ja. Was ich wollte, hat noch ein Unterschied. So. Und wer hat die Saatgut mitgenommen? Hm? Nein, der hat leider keine. Das ist das Problem. Aber ich hab ihn recht gern, weil du kannst überall alles hin und er hat eine Lenkrad gesinnt und so weiter. Dafür hab ich den Hänger recht gern, muss ich ehrlich sagen. Aber der hat leider keine Spanggut. Ich hab eh vorher geschaut. Die haben es irgendwie vergessen. Oder bei den anderen gibt es es. Ich bin mir nicht sicher. Die sind da reine Ball noch nicht. Das ist das. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Wir verraten. Wir haben ihn nicht. Da fahren wir ja noch ein paar Tage. Genau Otto-Load ist das hier. Ja, die Umschalttasten, warte, siehst du, meistens hängt sie nämlich, gell? Äh, aber manche Auto-Load rum, oder, äh, spannend, gut, Kev. Das kann eh sein, weil da gibt's ja die zwei drinnen, oder drei. Ich kann sehen, dass die anderen, die auch schon gut haben. Das ist nämlich leicht möglich, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin der Grund, dass die Bremi ist. Ich bin der Grund. Marti hat es nicht verstanden. Wie gut es geht, mit grüßen, macht nichts, wird es noch lernen, normalerweise grüßt es trinkt bei jedem, der was reinkommt, möchtest du ihn selber lesen, das kann schon mal passieren. Okay, okay, Maike, danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein, für die Bilder, die du geschickt hast, nice, nice gewesen, und man hört sich wieder, gell? Was ist denn, servus? Maike, für die schönen Sonntag, oder passt man arbeitend, oder ärgert dich nicht, keine Ahnung, wie ich das, was ist denn? Das war's. Es ist okay, jetzt Genau, die Dinge, die sind auch für den PS4, richtig, ja. Das ist ein Erdmotor, ja, genau. Die gibt es mit Schmiermittel oder ohne. Ich glaube, ohne Schmiermittel gibt es für den PS4, ja. Genau, so, so, irgend so was war da, genau. Nein, mir gefällt das aber eigentlich wirklich gut mit den Hogen, eigentlich. Seit Anfang an, muss ich ganz ehrlich sagen, seit Anfang an habe ich den Hogen recht gern. Das macht auch Spaß, mit dem zu fahren. Es geht schickmütlich. Und es geht eigentlich ganz, ganz gut. Es hält fix, auch im Feld, wenn man normal nachfüllt, die Maschinen, die ich oft habe. Also, normalerweise einen kleinen Hänger noch dazu. Es ist nur schade, dass der alte Anhänger, der da steht, nicht die Bordwände runtergehen, wo du gehst. Aber den? Nein. Jetzt muss ich direkt schauen. Ich habe ja gar noch nicht geschaut. Na, wer tut da einhatzen? Na, wer? Du? Na. Jetzt brauch ich mich noch nicht hatzen. Ich bin schon wieder. Sie zerkleinert nur ein paar Kartons. Aha, okay. Ah, das geht sogar. Ballenwagen. Du schau her. Ui. 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 Den hätte ich nicht umrüsten. Dienst ist gut. Ja, ich auch, muss ich sagen. Ja, er auch. Das wird überbewertet. Ich hoffe, er hat es bis Samstag, Sonntag vergessen wieder. Schwägerin Freundschaft. Das ist nicht der Grund, was da gerade gerätzt hat, das ist meine Schwägerin. Mit dem Vergessen, darf ich das kurz vergessen? Ja, ich hoffe, ich sehe es eben auch was mit zu fühlen. Ach, das ist ein ganz, das ist ein ganz, ganz gschikt, ja. Hier haben wir jetzt Umbau als Plattformanhänger. Eine gute Idee. Trinkt klein oder was? Ja, aber zuerst habe ich ein bisschen Weizen. Was wird denn reingehen bei den Händlern? Schauen wir mal die Gokaluschen an. Weizengräste. Ja. Nein, wie viel hat er reingehen? Da bin ich gar nichts. 6.000 Liter habe ich noch immer drinnen. Die kommen ja die nächsten 100 Jahre aus. Wahrscheinlich, ja. 93. 93 Händln habe ich. Wie viel kostet maximal eine? Das habe ich keine Ahnung. 100, glaube ich. Alles 100. Alles 100. Wenn wir am Anfang noch geschaut haben. Dann bin ich auf 100. Bei einem Hahn, 6 so kleine und 93, ja. Dann haben sie sich schon vermehrt, ja. Dann im Kuhlstuhl habe ich noch 4,9 geplatzt. Dann ist auch Ende im Gelände. Wie hast du schon 100 Rindviecher? Ich habe 40er warme gekauft, gell? Okay. Und die 40er kommen sich vermehrt. Im 80er, ja. Im 20er, ja. Sack. Super. Wo ist der? Live-Chat ist weg, ja. Okay. Alles schlecht. Was passiert? Das gilt grüßt, das gilt natürlich für dich auch. Schönen Sonntag noch. Genieß ihn. Lass ihn rausgehen. Doch, jetzt geht's wieder da. Und man hört sich. Irgendein Danke fürs Abo. Das war das, warum jetzt alles gesprungen hat. Haha. Nein, ich habe mir gedacht, was schminkt da. Es geht da nicht weiter, es rennt da nicht auf. Irgendwo steckt da gar. Jetzt hat sich das gerade angesagt. Ich kann aber nicht sagen. Wäre es wahr. Wir trennen gut dich. Ja. Ja, ja. Es war Knopf. Ja, das war Knopf. Ich meine, die Paletten. 4.000 Euro, ich sag das, ich werde noch am sterben. Da habe ich weniger. Echt? So, gut, konfigurieren, nicht verkappen, konfigurieren, Plattform, super, die Plattform kostet mir 50 Euro, was die wandeln weg tut, kostet 50 Euro, das sind wahrscheinlich die Entsorgungskosten, und er wandelt, na super. Wenn ich jetzt Zeit gut reinhole, dann bin ich platt. Wir schauen mal, wie viel Salzgut das ich noch habe, ich will mir da. Ich glaube, ich will hier nicht viel brauchen, na ja. Geht da, wo wir noch, 33 Liter, super. Uh, da sind ich noch zwei hier drinnen. War viele? Ja, 2.000 Liter Salzgut. Da kommst du noch lange aus. Da komm ich noch länger aus, Salzgut habe ich genug, Dünger habe ich auch, obwohl ich nicht mehr brauche. Spritzt mich, du brauchst es nicht. Richtig. Kalk hoffentlich auch nicht. Mein Kalkstrahler da hinten ist, weißt du nicht, der verrostet. Ich meine auch irgendwie. Da ist auch nicht, man kann Kalk nicht brauchen, gell? Mhm. Gerade am Anfang braucht man. Mhm. Dann fast nicht. Siehst du, der hätte Spanggut. Okay. Jetzt habe ich alles alle verloren, jetzt habe ich einen Anhänger mit Spanggut. Lohnt sich. Irgendwas rennt da bei mir schief. Ups, jetzt hat es gespeichert. Schau mal, ob die nicht in den Ding einpassen, Albert, in den Silo. Geht's nicht? Geht's nicht. Wie viel hast du denn noch drinnen? 6.600. 6.600 ist gut, ja. Mhm. Ja, geht. Ich schau mal, ob ich es hinten wieder reingehen kann. Bitte. Na, das kommt normal nicht. Das geht normal nicht. Wo sie was. Ja, ich schau mal. So haben wir es hinten. Ich schau mal. ское Leben, das ist noch nicht so gut. Ja. Ich schau mal. Eine. Ich schaalte im Gehirn da. Ich schaalte. Ich schau mal. Ich schau mal. Ich schaalteiste. Ich schau mal. Und ich schau mal. Das ist noch nicht so gut. Was ist losgeworden, äh, bist du losgeworden, Albert? Nein, noch nicht, ich hab da nochmal so ein Art Glühbecken oder sowas, das ist bei der BGA-Glücken, dann schauen wir mal, ob die Streben A5. Äh, Feldbomber, keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer, ich weiss jetzt nicht. So lange mal Lootstrom und so langsam breit. Ja, Joachim, jetzt steht er wie ein Bock, der Gruppe. Hey, mhm. Seht er schon den zweiten oder dritten Tag wie ein Bock? Keine Ahnung. Eigentlich brauche ich ja den Schwader gar nicht mehr. Hm, der bringt ihn doch auch gut, oder? Was? Andere Kartenmaschine, die die Verkartmaschine. So. Ein Schwader, was braucht denn noch mal jemand? Was bringt ihn der für gut? 27.000, besser für Stammschädel. Hm. Nein, drei Stunden glaube ich nicht mehr. Drei Stunden kann ich mir nicht ganz mehr vorstellen, aber ein bisschen was geht schon noch. Albert, hast du einen Weizen angebaut? Oder Gerste, was hast denn du angebaut? Hafer und Sojabon. Aha, okay. Das heißt, du hast nächstes Monat auch nichts mehr zu trischen. Hm? Okay, ja, also. Mhm. Ja. 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 Mhm. Ich schau mal später nachher, ja? Ich weiß, dass er einen hat. Ich hab's gesehen. Bin aber noch nicht dazugekommen zum Anschauen. Ich bin noch nicht dazugekommen zum Anschauen, sag ich. Dup, tü, tü. Ich weiß nicht. Und ich hab' spricht hier drauf. çaás. Esismo, ganz gut! Sim 가서 gehen machen. compare jetzt zu schaffen. und sich doch noch viel mehr her ault. gerne hat kurz was will Was tun wir, meine Herrschaften? Ich stelle dir das Fassel wieder rein und dann können wir führerspannen. Jawoll. Wo die gemeint sind. Ausstelle Lohner, Bub, Brack und Wecki sogar. Ah, wo steht da? Ah, da stehen ja noch drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kalk. Um Gottes Willen, wo kommen denn die da her? Mist habe ich. 74.000 Liter Mist. 74.000 Liter Mist. 3 Stunden habe ich schon. Ja, das ist schon her. Vormittag waren es auch ungefähr so zwei Stunden, glaube ich. Ein paar und halbe. Keine Ahnung. Ein bisschen was, ja. Heute Vormittag. So, jetzt warten wir ein bisschen. Aber ich glaube, wir werden alle nächsten Monat nichts anarbeiten, dann haben die mehr außer die Fütterung, gell? Na doch, ich schon. Ja. Ja, wo sollten. Du weißt, wie die da her? Du weißt, wie die da her? Da steht da. 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 Hoch 6. Wer sind da hoch 6? Ui, da bin ich. Okay. Dankeschön. Der da her. Wie ist denn der da hergekommen? Wo ich den nicht bei mich geschliffen bin, mit der Psi-Maschine, hm? Hm. Hm. Ja, weil da oben habe ich keinen hingestellt. Da oben habe ich keinen hingestellt. Weil der da mal hängen geblieben ist. Ja. Ja. Na, ich weiß schon, wo ich das gemacht habe. Den habe ich hinten auf der Treppe hingestellt. Dann dürfen wir den Indi verloren haben. Ich habe nie wieder gesucht. So ist es, ja. Und dann Galbert wieder gefunden. Bitte, bitte. Ja, das ist wichtig, Albert. Weil. So ein Orman plant wird wie bei mir. Riss, wieder hier. Servus. Entschuldigung. Ich konnte was sehen. Ja. Jetzt gehen wir schauen, was uns erwartet. Juni. Aha. Ja. Ich sehe, ein paar haben ein Feld erreicht, aber die gehören leider nicht mehr. Ja. 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 Auch wenn ich ein reifes Feld kaufen würde, intelligenterweise. Dann habe ich keinen mehr Drescher. Albert, was hast denn du zum Dreschen? Ich habe nichts zum Dreschen. Du hast nichts zum Dreschen. Besitzt du Geld? Ob ich was habe? Okay, das hat er auch nicht. Jetzt haben wir die Finanzen anschauen von meinen Mitstreiter. Okay, Joachim hat 26.000. Albert und ich sind... Alter, wir sind... Albert, wir haben fast gleich viel Geld. Du hast um 200 Euro weniger wie ich. Ja? Das sieht man mit der kleineren Bege an. Dafür habe ich mehr Milch. Apropos Milch. Das war jetzt ein guter Wink. Okay, Milch verkaufen. Ich hoffe, die Milch steckt gut im Kurs. Schauen wir mal, was die Milch bringt. Dass es mir ein Wink wohin hat. 1200. 1300 der Höchstpreis. Das ist nicht so schlecht, oder? Ja. Aber wir sind da auf dem Dritter Verkauf, ey. Wir sind da. Ja. 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 Ja, z.B.: Ja. Ja, 혼i north passen, ne? Ja... Du hast 9000 Euro gekriegt. Guck mal, haben wir noch. Jockey ist beschäftigt. Der kann den besten Chris. Servus, kleiner Chris. Melanast, genau. Genau. Die Idee will ich gar nicht kommen. Gut, schön wird euch da recht. Hoppala. Mit I. Das liegt auf deinem Schatz da. Dankeschön, Polka. Servus. Wie ist die? Mensch, das sind ein paar hunderte Kier. Die machen natürlich auch mich. Da haben die Holsteinkühe mehr hergegeben, gell? Kühe. Ja. Der Ding an die Walchen oben hat. War ein Milchbetrieb. Ui, da habe ich Milch gehabt. Ah ja. Aber das war ein Netz, aber das war ein bisschen anders. Ich kann nicht mehr loskommen. Aber das war hart. Wenn ich mir jetzt wieder Pfötkampf kauf, kriege ich wieder keinen Milchstraße, oder wie? Ja. Zündort, ja. Ui, ui, ui. Warte, ich habe nichts zu sagen. Kann ich holen. Ja. Der hat, ich glaube, 280.000 Speicher Kapazität. Da habe ich noch die Hälfte frei. Ja, mal den Pilkel. So. Wir sind jetzt groß. Na ja. Wow. Nicht aus. So. Sehr klar. Sehr klar. Das sieht schon gar nicht aus. Oh. Ei, ei, ei. Ja. Ja. Das wusste ich ja. Weil ich glaube nicht. Deckel zu. Nein, der Deckel bleibt offen. Wenn die Entlüftung wartet, dass das ausstinkt ein bisschen. Die wurde frisch ausgewaschen, dann stinkt das aus. Dafür bleibt der Deckel offen. Ich glaube, ich kriege ihn gar nicht zu. Weil man denkt, ich bring den Deckel nicht zu. Das ist der Grund. So. Weil ich nicht angehängt habe. Deswegen geht auch der Deckel nicht zu. Okay. Kann auch passieren. Das war super. Da. Da. So. Das war super. Da. Da. Ja, Bert. Was tust du denn für Arbeit machen? Ich trau die Biogasern abgefüllen. Aha. Das heißt ja eigentlich, theoretischerweise und praktisch, könntest du ja Mähdreschen, oder? Okay. Heißt du, ich hab meinen Mähdrescher verkauft, gell? Verkauft? Na, zurückgegeben. Okay. Entschuldigung. Ich hab mir noch nie einen gekauft. Ich hab noch einen mit Ruschen. Ich hab's noch ausprobiert. Aber wenn ich mir jetzt einen Mähdrescher kauf, zum Beispiel, der was in Aktion ist, oder nicht mehr ist, dann bringt's mir auch wieder nix. So, ich weiß was, ich geh mal einen rauchen und überleg. Nö, er ist weg. Super, dann brauch ich nicht überlegen. An einem Nachmittag mehr sauber gemacht habe, als ich den letzten 25 Jahren. Ja, wenn, wir feiern die. Und wann kommt die Schwiegertochter in Spä, Erwin? Morgen, oder wie? Wann wird's dermaßen erledigt sein, glaub ich nämlich. Ja. Weißt du eh was, dass da wieder gar nix mehr geht, gell? Ja. So. Was sag ich? Ich geh mal kurz an die Rauchen und werd überlegen. Ja, genau. Also mach, fast nicht. In Unkosten stürzen, oder nicht? Hä? Wär Druck kommt wieder nix raus, sogar. Ich geh gerne rauchen raus. Gute Idee. Guten Abend, Erwin. Hö? Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, alle sind konzentriert. Nur freilich. Dass wir nichts falsch machen. Ah, super, Norbert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber mir gehen nicht zu viel Chris. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wo pflegst du jetzt heim? Da hab ich dich ja gestern gefragt. Da hinten in der Früh. Nein, gestern glaube ich war es gar nicht. Er raucht meine Birne. Jetzt weiß ich was ich tun soll. Der Joachim macht groß. Glaube ich auch, hast du gesagt, oder? Der Halbert füttert seine Wege auch. Das kann ich auch noch kurz machen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ja, gut. Ja, meine Wege haben mich auch noch zu füllen. Warum kannst du das nicht treiben? Hoppala. Ich hätte so gern das Fütter nicht mehr gehabt. Nun könnte man endlich einen Rieger in einem Baum. Vorsichtig oberhin. Jawohl. Was hat das mit der USA Tastatur getan? Nein. Und außerdem kannst du die Tastatur auf Englisch umstellen. Aber das ist doch nicht notwendig. Ach, Tastatur. Okay. Ja, gib mir mal Rätsel. H вним, das ist doch gemeinsame Kopfhörer. Absch paradox. Ja, übers S frågor. So. Na gut, gar nichts. Ich bin mir kurz zur Koppel-Bulver gegangen. Mach dir nix auch, wenn wir nicht mit der Rechtschreibung richtig geschrieben. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Ah, dein Buchstaben muss nicht auf der Tastatur sein. Wenn es in China war, hätte man es jetzt einreinlassen. Russland oder so auf die Art. Da benutzen es glaube ich andere. Alex, ja servus. Alex, geh mich auch da. Servus. Gönnen Sonntag dir, Alex. Gut, ich geh noch mal studieren. Du brauchst Kalk und nicht gedüngt. Oh, da ist es raus. So kommt der jetzt. Hat er den 158? Ja, da hat er ja. Jetzt kann ich 50.000 Kummer auch nicht raus sein. Ei, ei, ei. Wenn guter Rad teuer wäre, gell. Ah, ich sieht gerade, der Täschi hat eine Premiere drüben. Da macht ich wohl Marcel. Das ist mir gerade angezeigt. So, ich muss kurz weg. Mhm. Ja schön, wenn es umgeschaut ist, ziehen wir ein bisschen zum Täsch. Ist eh irgendwo verlinkt auf meinem Kanal. Okay, natürlich zum außen dem. Unseren Marcel. Der Texas war drauf eigentlich, ob der Tastaturkopf. Ah, deine Schwester schreibt. Okay, gut. Ich glaube, ich stütze mich in Unkosten. Oh, was kaufen? Du wartest mir jetzt so lange ruhig. Du hast auch stark überlegt, gell. Ja, ein bisschen spekuliert, weißt du das heute. Ja, alles okay bei uns, Alex. Ein bisschen Stress weggekommen lassen. Jetzt geht das alles wieder ein bisschen lockerer. Ich habe einmal ein Wochenende gesagt, gell. Breites Samstag, Sonntag mache ich einmal nichts für meine Fahrzeuge. Jetzt war es schon genug ein wenig. Mhm. Und was kaufst du? Ein Feld? Einen Traktor? Nein, ein Feld habe ich dazu gekauft. Welches? Okay. Ich habe die 127, jetzt habe ich es 128, das habe ich mir gerade angeschaut. Da ist bloß ein kleiner Steg dazwischen. Den könnte ich dann wegmachen, er könnte die zwei Felder zusammenlegen. Ja, genau so habe ich vor, zwischen 99 und 100, ja. 35, 36, gell. Aber ich meine, es hätte mir da mal irgendwann einen Pflauch gekauft, dass ich das auch machen kann. Aha. Ah, Tafia. Tafia. Ah, wahn. Einen schönen guten Abend. Aber, Wardo? Okay. Wardo? Das ist aber Frankreich noch nicht da, oder? Hier rieche ich mich jetzt da ganz kurz. Das war nicht in den USA, das war in Frankreich, oder? Wardo. Aber das schreibt man da noch einmal. Das ist wie ein Rätsel. Also, dass auch da ins fliehen. Das kennt ihr jetzt nämlich gar nicht. Das ist wie eine Rätsel. Das ist wie eine Rätsel. Oh, das ist hier okay. Das kennt ihr jetzt nämlich gar nicht. Wardo, ein Bardo, das ist hier ähnlich. Wie ein Bardo, ein Bardo, der ist hier. Aha, okay. Wenn sich der in den Kusten stürzt. Ich bin nicht überlegen, was ich machen soll. Wie lange hast du überlegt jetzt, Albert? Äh, weil es du weg warst. Nicht so lange, wie ich mit einem war, oder? Ja, okay. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Nicht so lange, wie ich. Du hast gesagt, wir wollen investieren bei dem Spiel. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt auch. Weil du was zum Treschen und dann hätte ich auch was zum Treschen. So, bin wieder da. Ach, in Amerika. Aha, okay. Wenn du sagst, schreib' wo gekämpft, dann weiß ich's auch. Ob's das in der Schweiz war oder in Österreich. Albert hat einmal ein Feld investiert. Der hat einmal was gekauft. Ich bin noch immer nie überlegt. Ach, ja, wenn das nicht so schwer wär'. Ich hab' so viel Polen, dass ich ja eigentlich verkaufen kann. Die Lagerpreis. So, schauen wir mal, wie das der Lagerpreis ist. Und der Jüdisch. Jüdisch. Ja, ja, wieso? Joachim, 200, 290. Und der Höchstpreis ist 340. Also so schlecht ist das nicht, gell? Das geht, ja. Ah, okay. Mach das Geld. Das ist aber nicht so schlimm, oder? Das geht. Mehr kriegt man da nicht als für 300, 340. Das ist das Höchste. Ja, Kredit aufnehmen, ja, das ist gut. Das ist immer sehr gut. Ich habe irgendwie schon ein bisschen Kredit. Und da ist es leider so auf der Karte, dass da nicht sehr viel Ertrag rauskommt. Also, das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Weil wenn die Kreditzinsen, das ist ja kein Spielstand, wo ich nach ein paar Tagen wieder eigentlich aufhöre. Das war so, wie wir Flaschbacher gespielt haben. Da haben wir ja ziemlich lang gespielt, quasi über 400 Stunden. Und das ist immerhin etwas. Und da bringt es mir nichts, wenn man nachher die Kreditzinsen, ehrlich gesagt, ausfräsen. Ah, auffressen, ausfräsen, ja. Dann ist das auch nicht Sinn und Zweck des Spiels. Und das ist immer gut, wenn man ein bisschen überlegen kann. Ja, war in Österreich, okay. Mutwappel, mehr Kraft, der hängt wo. Wo hängen wir denn, Albert? Im Zaun hat er sich einkommen. Jetzt werde ich da einmal so eine Partielade verkaufen. Ups, ich denke, dass ich da noch ein bisschen überlebt war. Oh, ich denke, dass ich da noch ein bisschen überlebt war. Achso, ich hab gar keine Superkraft eingeschaltet, okay. Warum nicht? Ich werde schon wieder runterkommen. Mit dem Fahrdrescher aus dem Motorblatt. Den hab ich nicht einmal drinnen. Der war gut, ja. 2,5 Meter Schnittfläche. Nein, ich möchte ein Glas, einen kleinen Lohn. Die Stadt ist bei euch ein Dorf, bei euch sind das knapp 2.000 Einwohner und bei mir zieht das 30.000. Das ist jetzt gut mit 2.000 Einwohner Dorf. Österreich ist zwar nicht so groß, aber ein bisschen größer sind wir auch. Aber es gibt manche Orte, ja. Ja. Die Stadt ist jetzt gut. Ich mache mich damit mit dem Motorblatt, ich mache mich nicht mehr auf dem Motorblatt. Aber es ist einfach so schnell. Ich weiß was du, ich weiß was du gemeint hat, dass die kleine Ortschaft bezogen, ja? Ich weiß sie was gemeint hat. Kev. Ich muss doch irgendeine Hände. Oh, es geht! Nichts drehen! Irre! Erd! Schauen wir mal, was kommen für Geld? Uh, 40.000! Wow, wow! So, jetzt bin ich wieder im Rennen! Ich glaube so ein Schwung, wir rennen ein paar Karten. Florida! Okay. In Florida haben sie auch Landwirtschaft. Ich glaube, da gibt es immer Strände, Leech, Tief und keine Ahnung was noch alles. Krokodil gibt es da. Krokodil gibt es da, Krokodil. Krokodil gibt es auch, okay. Krokodil Tandy. Ja, da wohnt mein Onkel in Florida, in Fort Lauderdale. Krokodil. Ja, da waren wir momentan eh überhaupt so in Österreich. Fort Lauderdale ist kleine Miami, wo eigentlich der Flughafen und das Ganze ist. Das ist so die Provinz. Fort Lauderdale ist angelegt wie ein Wagenrad. Wenn du das von oben anschaust, schaut es aus wie ein altes Wagenrad. Du hast ja die Grundstücke und so, gell. Also kleine, okay. Ja, ich kann da gar nicht wieder. Ich war noch nie in Amerika. Doch, einmal war ich da. Ich habe ja momentan gar nicht vorhin zu kommen. Das darf ich gar nicht sagen. Das war sogar auf Staatskosten. Ist schon länger her? Ja, ist schon länger her. Dann darfst du es sagen, ja. Dann ist es natürlich genehmigt, gell. Ja, kann leicht sein. Ja, kann leicht sein. Dann guten Appetit, wenn du den Kühlschrank verschlingen gehst. Aber lass die Kühlung über. Wann wird sie noch brauchen. Dann wird sie noch nicht mehr. Und dann wird sie noch nicht geschehen. Aber das wäre auch noch eine gute Option, eine Wiese zu kaufen. Ja, das ist so schön. Wie geht es wieder? Ja, ja Richie, ich weiß, ich krieg's ja wieder mit mir. Wann kriegst du denn Essen? Gibt's oder gab's? Gab's, achso, er hat schon gegessen. Er hat endlich was gegessen, der Richie. Dass er uns nicht vom Fleisch heute kommt. Wir haben nur Hühner mehr. Wie lange warst du dann draußen? Ja, der ist ein Schnuller wie mir, das ist mir schon aufgefallen. Das ist mir schon aufgefallen, Norbert. Die essen alle heimlich, oder? Ups, was ist jetzt? Da ist mir schief gerannt. Da ist mir schief gerannt. Hey, 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 hey. Da kann ich da durchfuhren. Zack, zack. So, jetzt haben wir ihn so laut. Was denn? Na, klar, ich's da. Irgendwie. Zwei Wochen, okay? Und jetzt gibt's da noch Eis. Das ist mir wurscht. Mit dem kannst du mich nicht locken, mit einem Eis. Ich is zwei Eis im ganzen Jahr. Und die zwei hab ich ja gegessen, so. Also mich schon, wie kann man mit Eis schon locken? Echt? Also ich nicht, muss ich sagen. Du hast so einen schönen Eisbecher, ein paar Erdbeeren drin, Sahne drüber, Schokosauce. Ich is nur Bananensplit. Ja, der is auch lecker. Also das willst du eine Banane? Nein, 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 ich will keine. So. Das glaube ich, dass er dazu entspannend war, ja. Total Präsident gesehen. Das ist nicht ein Gerissenlosen von mir. Kennedy. Äh, so geht's mir ja wahr, gell? Es gibt eher an der Meerjahre, wo ich kein Eis ist, als wo sie Eis ist. Also gar künstlich kann mir nix passieren. Echt nicht? Nein. Eis mache ich schon. Auf die Nacht schämen, so oder so. Ich könnte den ganzen Tag alles essen. Quatsch. Doch, warum wird's? Bricht ja auch nichts dagegen. Ja, doch. Doch. Leider doch. Was denn, Albert? Naja. Die Kalorien. Also die Kalorien, okay. So, ich bin mir kurz weg, was essen können. No, tu nur. Ist doch kein Problem. Kein Problem, geht's doch noch was essen. Also die Kinole gemeinsam zu haben, das ist ja gigantisch. Das grenzt ja seelischer Grausamkeit, oder wie heißt das so schön? Gibt's so was noch? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich denke mir, dass das seelischer Grausamkeit grenzt. Ich weiß nicht, dass ich so mache, so mache ich so viel. Ach ja. Wah. Widerstütt uns knacken, ganz schön Probleme. So, auf ein neues. Das ist ja. Das ist ja. 4. 4. 4. 5. 5. 5. Da muss doch was außer Komo. 5. 5. 5. 7. 5. 5. 7. 7. 7. 6. oder jörgen hat vorher gesagt da war keine inaktion stimmt es was er hat gar die aktionen drinnen was du das aufträger ja weil sie die geräte was in aktion sein das ist übern kaufen die war im verkehrten menü traktor 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 flug hat nicht gut aus irgendwie fällt mir der null da hinten ist die wichtig los wenn es das kaffee wirst irgendwie fällt mir dahinter null irgendwas hat es da jetzt momentan so ok gut mit dreschen geht keiner albert und du bist grob beim dreschen gell ich bin gerade geführt eben echt super hättest du lust weiter zu dreschen hümmert hat das ist feldalwert hümmert 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 Aber der Reif ist in Obe, da brauchst du nicht großartig, wenn wir dumm fahren, weil da unten ist dann eher so ein Eck, Wald und Wiesen und du konntest ihn dann hinstellen. Alles klar. Ja, wenn ich ins Reif fange, dann reicht's. Ja, ich fiere. Ja, ich fiere. Ich tue das Bild jetzt und das Ding verkaufen, bleibt mir dann wirklich so gegenüber, dass ich nämlich noch einen Misstrauer kaufen kann. Auf diese Lager hab ich gar nicht gedacht, ich krieg ja wieder, glaube ich, 90 Pollen oder was sagen das Jahr, gell? Und verarbeiten tut man Maximum 20 Pollen, glaube ich, 24 Pollen im Jahr, gell? Oder 26 Pollen, so endlich. Ja, wenn du, wo ich nachher stehe, wenn du es zufällig siehst, oder ein Stück weiter unten, tust du es dann leichter, genau, weil es da oben fährt. Du hast eine Wiese, da ist der Zaunwecker, gell? Da kannst du dann super, und bei den Dingen kannst du dann super die Dinge herstellen, gell? Die Wiese, oder? Ja. Du hast eine Wiese, oder? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Funke noch Schimian aus dem Himmel gibt. Dass die seelische Grausamkeit ein Ende hat. So, wenn wir kurz warten, bis der Albert kommt. Niklas, leise, schreit nicht so da hinten. Das dauert eine Wahl. Ach, der geht noch 20 kmh. Ja, schneller geht er nicht. Bis der Mann am Ende, glaube ich. Oder? Ach, kommst du eh schon da her? Siehst du unten, wo ich stehe, 52 kmh füllt. Das gehört, glaube ich, in den Schock. Und den Bulldog mit dem Schneidewerk nachgefahren. Ach so, das hast du gar nicht mitgenommen. Braust du dich da nicht anhängen, gell, Schneidewerk? Aber da hast du jetzt einfach noch gehabt, Albert, von dir, Wecker. Da war ein Feldweg schon hervorhin, du wirst bei der Wiesn. Ja, aber das gesparen wird mit zu langen für die Kursen und das ganze Zeichen. Du, schau her, mein Weiß, das sind bei mir bis zu um die Aufhe. Da hinten ist gleich der Hof hinter mir. Das ist drin, das du nachher anschaust. Da war der Weg runtergegangen. Ein Feldweg von dir, hintenweg von deiner Wiesn. Schau, ich stehe da vorne, du tust dir nämlich leichter. Ich hole mal schnell eine Schneidewerk. Wo geht von mir ein Feldweg runter? So, schau her, wenn du jetzt so umschaust, geht von dir hinten, wo deine Bohren stehen, gell, auf der Wiesn, geht ein Feldweg da her auf die Wiesn, wo ich stehe. Ah, da vertust du die Ringe. Nee, ich vertu immer nicht, weil ich sieh dich. Oder bin ich das? Das ist, mein Ding ist... Warte, das ist mein Hof. Oh Gott. Ich denk mir jetzt noch, dein Hänger, der was dort steht, und die viele Polen, die können ja verwogen. Ja, okay. Sorry, sorry, Albert. Okay, kann passieren. Das ist ja doch schon spät. Ich glaube, ich geh schon, ob ich Wurstbrot krieg. Oder Semmel. Und wie auf finden wir es selber, ich glaube, das war ja nur noch so spätombt. Aber ich glaube, weil ich ihn aber auch wieder weiß, dann wollte ich jetzt mal so spätombt. Damit muss ich jetzt mal so spätombt. Das ist so spätombt. Ja, ich glaube, es gibt es um viel weniger Tor. Das ist so spätombt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Was hast du? Meinst du noch drinnen? Bei dir? Wie viel? Puhlner oder was? Gehör mal nicht, lass es rein und ich hau's dir rein. Nein, ich ahne. Wurscht, das hast du ja bei mir nicht viel reingehaut. Komm mir ein paar aus, das war. Albert, ich führ's dir rein. Stell mir als Lohner ein. Stell mir als Lohner ein, dass ja dir gehört, die Gersten. Ja, ist erledigt. Was ist so ein Zeug? Denk mir grad, warum bleibt der auf einmal stehen? Du hast keine 500 Kilo bei mir runtergekriegt. Oder weißt du was ich mein, oder 800? Ich fahr dir zu weit zu dir um. Du hast dir einen Silo, gell? Ja, hier raus. Hier draußen hast du stehen genommen. Ja. Ja. Hier unten kommt. Ja. Hier unten kommt. Hier unten kommt. Ist ja kein erledigt, der Fall. Was kriegt denn der zur nächsten Herd, der wohl über die Lüge zuha? Also das Eck hinterm Stall, das ist ja auch. Der hat manche Felder sehr verwinkelt gebaut. Aber das macht nichts, sowas liebe ich auch teilweise. Ja, das ist sicher. Das ist ja hier eine Herausforderung. Ja. So. So, ich fahre alleine. Das ist da gerade was. Ja, ja. Eine kleine Wurststämme. Ja. Jeder ist da essen gegangen, irgendwann. Was ist da desinfiziert? Alleine du Sandmann desinfiziert. Ja, wenn der würde ich mal fragen, was ist denn die vielleicht durch Schwiegertochter in Spee beim Beruf? Das sagt jetzt Gesundheitsinspektorin. Du hast jetzt vier Tage geputzt. Das ist ja Wahnsinn. Nein, Schwester. Ha, ha, ha. 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 Ja, Mando, weil du alles so geputzt hast, deswegen. Wie viele Prozent hast du da drin, oder wie viele hast du da drin, Albert? 42. Na ja, sag ich dir ja, das waren keine 500 Kilo, was du da oben drauf hast. Ja, mehr oder weniger. Da geht noch locker um, ja. Da geht noch locker um, ja. Aus dem Haar Ka citieren Awesome Aha, das ist ein rege, frische Brezen, frische Semmeln und das Backzeug. Alles frei Haus, das ist super. Super, jetzt habe ich mich gerade angepotzt auch noch. Nass, super. So lange, dass du nichts über die Tastatur drüber schießt. So eine Waschmaschine kriegen möchtest, morgen ist es voriges Wochenende eingegangen. Ich habe schon dreimal gesleimert und die Pullover umgedraht, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Ei, 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 ei. Was ist? Sie ist auch gerne am Backen. Zur Backstube. Mensch, Erwin, dann haut es vom Tiramisu hin und mit der einen dorten. Dann kannst du es noch mal probieren. Aber ich weiß eh, wenn man dort hin hat, in Ritschershäne, dass du es richtig machst, dann hast du einen Towergast. Ich weiß, dass du dich mal tust. Das ist ein Ungebirge, ja. Sie hat komische Geräusche gemacht. Sehr komische. Das ist ein Ungebirge. Das ist ein Ungebirge. Das ist ein Ungebirge. Ja, ihr dürft noch. Gott, Blair. Sie hat mich gerade gepackt. Nein, das ist ein Ungebirge und kann nicht mehr. Ich habe erst 8er Seblatt gekriegt. Ich glaube, der Hänger wird nicht einmal voll da. Das ist auch ein großes Feld. Wahnsinn! Wurscht, Albert, wir stellen ihn da in der Mitte ungefähr her. Oder sollen ihn unten weiter hinstellen? Wie tut's denn leichter? Wurscht. Also, wenn du dann irgendwo stehst, musst du wie alles nur noch ausstehen, gell? Ich lasse dich eh noch eingestellt, aber du musst mich dann irgendwann ausstehen. Ja, mach ich. Ich halte ihn! Ich bin Schweizer, der erste großartig ist, dieait- Ich habe ihn nicht mal besendet undørebreitend. Ich sehe Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich fahre noch mal oben vor den Oberbürgern. Ja, ich fahre noch auf die Oberpressen, dass da kein Polen im Mittenweg liegt. Oben ist irgendwo ein Zaun, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt auch gerade gesichtet. Feier board, ja, ich hab die Oberches derõ ab. Die Kliniken verlängst. Die Kliniken haben immer noch Mounted in den Jungen gespieler Wentz, die Kliniken haben. Das ist nicht so, dass das bäbelig. Die Kliniken haben den Rädern zur Ausgleichung erhalten. Die Kliniken werden aber ins Kliniken verletzt. Die Kliniken werden auch sicherlich geübtren. Die Kliniken werden dann von ізlekt. Die Kliniken werden Menschen verletzt. Die der Kliniken werden die Kliniken werde für den Kliniken. Es ist nur noch ein Dreh schnell, Joachim. Ja, kurz fertig. Ja, kurz fertig. Ja, kurz fertig. Und jetzt ist es seit ein. Der Jet ist da reingeschlafen. Oder sitzen Sie da oder überlesen? Der Jet ist da reingeschlafen. Der Jet ist da reingeschlafen. Nicht nur das. Das andere gehört auch mir. Ja, der ist da reingeschlafen. Der Pissi bin ich reingeschlafen. Jetzt kann ich nicht einmal dem anderen die Schuld geben. Das habe ich nämlich vergessen, dass das mir gehört. Warte mal, wenn das noch kommt. Das ist da reingeschlafen. 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 Das ist da reingeschlafen, wenn man nicht aufpasst. Das ist da reingeschlafen. Das ist da noch warm draußen. Überall. Das ist ja noch eine Bikini-Temperatur. Aber ja, nur die harten kann man durch. Da brauchst du so einen Badeanzug aus voll. Also ich glaube, wir haben heute noch 23 Grad gehabt. Oder 22 Grad. Oder 23 Grad. Oder 23 Grad. Das ist da noch eine подготовre HSC. Er ist der Kommissar in der Crew. Soll es, die werden eingeschlafen, Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist wirklich eine Beine. Es ist ja so. Da ärgert sich einer hinten in der ETS 2. Da in der ETS 2 kannst du dich bloß über dich selber ärgern. Ja, ich hab's einmal umgehabt, das Spielgang, das war ein paar Jahre. Und dann, wie ich getauscht hab, dann hab ich eben sich klein gehen. Jetzt hat er es aber mittlerweile, glaube ich, bei Epic Entertainment gehört. Nein, aber was hat er es gekauft? Steam. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Dann wird es gleich Steam sein. Das kann man schon vorstellen, für dich als Nasskom-Fahrer ist das wahrscheinlich nichts. Nein, ich weiß nicht. Das ist so... Tja, keine Ahnung. Das ist sicher ein Superspiel. Also, bei der Grafik und bei der Dinge und vor allem. Superspiel. Also, es gibt echt nichts zum Meckern. Ja, es ist halt ein reines Solospiel. Nein, da spielen sie aber viel Multiplayer. Ja, und da fährst du ja quasi auch was von dir allein. Du fährst halt was hintereinander. Ja. Du fährst ja kein Miteinander-Auster-Tagen. Du fährst das nicht? Nein, das wird mir eigentlich besichert. Du fährst ja kein Miteinander-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster-Auster. Ich glaub, du kriegst mehr Strohwasser als Korn. Ja, ja, ja. Irgendwie rennt da irgendetwas, wo es schieht. Das hab ich schon... Ja, ich hab jetzt 67 Prozent drin oder so, wie es ist. Ja, und einmal hast du ausgeleitet, glaub ich, gell? Ja. Also, einmal bei Denfeld. Mhm. Schau einmal, nicht, dass das irgendwo rausläuft oder irgendwas. Dass da Korn dein Grund dicht ist. Ja, wir müssen auf der Map... Ja, alles. Wir müssen auf der Map irgendwie ein paar Mal schauen. Irgendwie muss da was haben, glaub ich. Wenn er er tragt, muss der was eintragen haben. Ich weiß nicht, dass der nennt, wenn er er tragt noch drinnen hat oder keine Ahnung was. Weißt du, was ich mein? Mhm. Jetzt ist es wie arg, da muss ich mehr rauskommen als wie... Weißt du, von der Fläche her, gell? Ja, 18 Tonnen. Ich mein, das ist gar nicht... Der kriegt ja nicht einmal 18 Tonnen, glaub ich, zusammen da, gell? Ich hab bei mir keine 12 Tonnen da rausgebracht. Ja, gar nicht groß. Ne? Vissab ja. Bleibst du link, bitte, du Buen. Der Buen hat gesagt, ruhig noch. Da, jetzt schubser und rumfliegen. Ist jetzt kaum ein Webraner. So, dann stellst du dich auf den Kopf, bitteschön. Geht doch. Ja, aber wenn ich die Strohmenge hernehme, da hat, glaub ich, 7500 oder so eine Strohballen. Und da, da, da liegt ja anmaß. Ich glaube, wenn die Länge ist, schon ein bisschen vor der Wind. Ich glaube, wenn wir das füllen. Ja, da kannst du Stroh verkaufen und das Getreide weghauen, oder wie? So ungefähr. Ich hab mir schon gedacht, dass da über den Hänger so kommen wird. Muss ich ehrlich sagen, gell? Hm. Du zahlst fast 9000 Euro für das ganze Feld, gell? Und da kommst du halt einmal mit dreimal anbauen hin, oder viermal anbauen, dass du ein bisschen im Ding herinnern hast, oder? Vor allen Dingen, es ist ja auch noch der Stimme. Ja. Da ist ja der Preis nicht so hoch, weil es ja dann in der Trasche ist ja die Idee sein. Dass die Werte vertauscht worden sind. Ja. Irgendwas ist da... Ist ja möglich, ja. Ja. Das ist so. Wenn man es da schauen lässt, mit einem normalen Ladewagen. Einmal ab bis eine kurze Bahn, einmal runter und dann halb eine. Und der Ladewagen war zu viel mit Stroh. Ja. Ich sehe auch, ich bekomme fast in jeder Bahn ein Strohballen erholen zusammen. Mhm. Das ist da schon ziemlich viel. Ja. Das kann man Strohball verkaufen kriegen. Ja, den kann ich eh verkaufen. Ich hab so viel, dass ihm die nächsten 20 Jahre rauskommt. Den, was ich hab. Mhm. Da ist ja bei den kleinen Feldern schon so viel rausgekommen von Stroh. Woher? Ah. Und hier wieder da. Schön. Ja. Das ist der Hafer war auch noch die Idee. Bitte? Das ist der Hafer auch noch. Ja, ich weiß. Ja. Ja. In Hafer, wenn ich den anbaut. Ja. 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 Weil da normal ein bisschen mehr Geld rauskommt. Eher nicht Zucker. Mhm. Normal. So, ich hab ja auch was am Hafer genommen, weil der Dreh ist stark. Ja. Und du hast halt auch bessere Gefühle halt. Mhm. Was probierst du, Joachim? Ja. Ich verkaufe mal Stroh. Du musst eh nicht so weit fahren. Ich bin neugierig, wie viel man durch Stroh kriegt. Und ich kann es ja eh ausrechnen, was man durch die Geste kriegt. Mhm. Aber ich brauch ja auch nicht so viel Stroh, ich hab ja auch noch ein Hafer gefüllt. Ja, weil ich verkaufe Stroh auch. Was soll ich denn machen damit? Du musst es nicht brauchen. Ja, das ist ja schon mal. Siehst du, die Kühe brauchen eigentlich in zwei Tage, braucht es mir 1, 7000 Kilo Bullen. Oder drei Tage. Also, puh. Hm, 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 hm. Das ist gar nichts. Ja, aber. Die Kühe ist gleich. Das, was ich dann momentan eingelogert habe, ist, wo es da genug Stroh heilen wird, glaube ich, gell? Ja, ich brauche keinen Stroh, ich mache keinen Sinn. Ach so, okay. Das habe ich gleich von vorne herein. Ich wollte zwar zuerst, aber habe ich nicht mal den Stroh her und hausend Biogas an der Welt. Ja, genau. Ja, danke. Bei dir geht's schon. Deswegen habe ich auch nicht so viel, so halbwegs, ja, zwei Kleine und ein Grasgeld mit Haufen gemacht und die anderen mit Soja gemacht. Wenn du das als Wies machst, dann kriegst du das als Silageballen aus. Wow. Ja, ja. Wie viele Ballen sind das jetzt? Einer liegt dahinter und zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zwölf, zwölf 24 sind auch schon voll raus, normal, wenn es voll gedüngt ist, gell? Also voll gedüngt und ausgewachsen ist es so großartig. Und du bist jetzt noch gar nicht viertig, du brauchst dir noch ein bisschen was zieht so nach vorne. Nein, den habe ich aber schon fast dazugeholt, fast ich. Ungefähr habe ich es hochgekriegt und dass noch zwei rausgekommen wird. Die Allmenge ist schon wahnsinnig. Weil du 2.000 rechnest, also mit 20 Polen mal 7.000, gell? Das ist jetzt eh Wahnsinn, oder? Mit den 140.000 Liter Stroh und 18 Tonnen nicht einmal ein Weizen kommt raus, oder? Oder Gersten, gell? Und jetzt schon die Fleckerl brauchen wir nicht mehr ein, aber das ist schon wurscht. Ich bin bis 2 Ladewund verkauft, mit 6.000. Soll ich da runterfahren? Albert? Ich nehme das kleine Freckerl hier runter, mit jedes Viertel nehmen wir mit. Ich habe drinnen mittlerweile 16.100, nein, das wird sich gar nicht rausgehen. Wie viel hast du denn da drinnen, Löwe-Liter? Warte, ich komme runter. Fast 3.400. Nein, das geht ja nicht raus, das bringe ich nicht rein. Ich glaube, das ist nur 18 Tonnen länger, oder nicht? So, wie viel sind wir geblieben? 1102 jetzt. Nimm mit heim. Nimm's mit heim. Nimm's mit heim. Wir dreschen, nimm's mit heim. Ja, da sind wir dann schön. Ja, der 19 ist wieder da. Ja, noch immer gleich. Gut, glaube ich. Der Preis der Gerste wird auch nicht würdmeisterisch sein im Jahr. Mhh, nö. Achso, wir haben mehr Weizen, oder? Nein, was ist das jetzt überhaupt? Gäste. Gäste, okay. Fischpreis ist 600, 519. Lagen wir es ein. Deine Hälsung. Warte, Joachim, bist du lieb. Aus dieser Zeit erwartet, oder wir warten. Du weißt es ja, oder? Das gehen ja, das war ich. Nein, 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 das lösch ich meine jetzt, gell? Die Lieblingsnudkummer. Ach Gott, dann sind die auch schon wieder da. Ja, gestern wollte ich schon sagen, die Campte sind noch nicht da. Joa, aber gestern... Gestern waren sie gar nicht da, die Freien nicht, ne? Nein. Das ist immer unterschiedlich, wenn man da herkommt, gellä. Ja, jetzt haben wir wieder 20 Minuten. Oder waren sie zehn, ne? Letzten wir waren zehn, ne? Ja, wenn es 2 aufkommt, dann war ich wieder ein bisschen hinter. So lange gucke ich dann eh nicht, das ist ja schon ein bisschen, weil wenn er rein ist, dann verponstert wird. Da ist ja schon ein bisschen rein. Morgen ist Arbeitstag. Der Alpert hat eine Spätschicht, der ist ihm ziemlich wurscht dabei. Ja, heute schon, ausnahmsweise. Nächste Woche wieder nicht. Und Schule, ja, du hast recht, Schule ist natürlich auch, ja. Mensch, wo er mich aufbautzt, jetzt kann ich das gewohnt, gar nicht umkann das leider zu. Ja, du wusstest. Jetzt hätte ich ja vorige Woche mit dem Programm drin. Also, eins habe ich gesehen, auf der Map wird man reich. Ein Stroh. Eine Erfahrung. Am Gold nie, oder? Die fünfte Klasse. Okay, der Nikas kommt bis in der dritten Klasse gerade. Oder? Ja, dritte. Aber wir müssen stark überlegen. Jetzt bin ich eh neugierig, wenn ich die 24, 22, 23, wenn ich den Lohn und den verkaufe. Dann bin ich gespannt, wo es da rauskommt. Hast du eine Dusche aufgeregnet, Joachim? Oder hast du eine Stroh? Ich habe eine Stroh. Achso. Ich bin gerade bei den letzten zwei Paaren. Ich bin momentan bei 5.400 Euro. 5.400 Euro durch Stroh? Ja, wenn dein anfällt. Ich glaube halt, das gehört einem Armat alles, was man trischt. Aber das kann man sich irgendwo anschauen auf der Map, oder? Da muss es irgendwo einen Eindruck geben. Ich vermische, ja. Das, was alles jetzt da ist, würde ich halt gleich auswählen, wenn du bist, wo das geht, wo das steht, gell? Mhm. Ups. Komm nur runter. Ja, ich fühlte. Ist ja klar. So, dann gehen wir sammeln. Nein, gehen wir nicht sammeln. Nein, gehen wir nicht sammeln. Jetzt gehen wir sammeln. Wohin fährst du ein paar Karten? Zum Heizweg, oder? Aha. Bisspreis? Ja. Ja. Gut, das ist weiterbräunen. Schauen. Ah, einer liegt, einer liegt und zwei. Okay. 6.712 Stroh. Das hast du gekriegt für Stroh insgesamt jetzt, oder? Ja. Von dem anfällt. Mhm. Das Getreide hochrechnen. Wie viel Kilo mal den, was es kostet. Mhm. Weil der Strohpreis wird ja jetzt momentan nicht der höchste sein, die wir mehr haben. Mhm. Ja. So, Gäste. 12.500, hm? Naja. Momentan 6.368. Okay. Das heißt, du kriegst beim Stroh bald mehr, gell? Wie? Du kriegst beim Stroh? Ja. Ja. Also der Preis geht in die Ehe. Ja. Ja. Dann krieg ich irgendwann den Leitervolk, oder ist es irgendein? Oh Gott. Wie du so pipst. Keine Ahnung, wo es war. So. Heizweg hast du gesagt. Ja. Ja. Das Heizweg hat momentan einen Strohpreis von... Ja, aber gut. Nein, 60 Euro. Nein, 67 heißt die. Mhm. Ja. War ziemlich wurscht wahrscheinlich, gell? Oder? Ah, 67, 69, 68. Egal. Lassst du mich da rein? Ja. Juhu, fahr ich schon weg. Achso. Das gehört sogar noch dahinter rein drungen, oder was? Von Heizweg. Oh. Äh, sozusagen ja. Ja. Das ist aber bleib. Das ist irgendwie bleib. Hm. Hm. Das ist doch vorn. Sägewerk wahrscheinlich, gell? Hm. Schneiderei. Nein, nein. Nein, der nimmt kein Stroh an. Ich kann Stroh haben eine Schneiderei. Schauen wir mal da. Wo? Heizweg-Oberberlauf. Biohof Hamerl. Und das andere ist ein BGA, Alter. Das bringt mir nix. Naja, bleibt mir eh nix der Sport. Die schauen, ob ich da reinfinkt, oder? Hm. Was blöd ist das? Ich will dir das auf einmal verkaufen. Geh, ich fahr den Hamerl. Was? Warte, dass ich den ganzen Preis ziehe, gell? Hm. Diei, diei! Hanen kiaίest! Und, du hast dein Spielgl잡 ... blown? Am totaler Kaisch. Guck. GuckЩ läBco, Derunting sie Sharmärlequet sheep chain und gerät. Wenn ein paar Meter dort ein Hammel wäre, ist es ziemlich lustig. Okay, dir natürlich auch, LS19, einen schönen Abend noch und fürs Zuschauen, fürs Ausharren. Dann natürlich eine schöne Schulwoche, so wer man das sagen darf. Die meisten Schuler will das nicht hören. So, einmal Zeit. Ja, morgen bin ich aber nicht zu trinken. Ich bin ja der, jeden Tag. Ups, so, so. Einmal rüber. Drehen. Dann runter. Jetzt schauen wir einmal, was da rauskommt. Ja, 11.240 Euro, Joachim. Ja. Und für das Getreide, ich habe 18.000, oder wie viel habe ich gehabt, 18.000 noch was, ja. 18.000, nein, da glaube ich keiner mehr. Du kannst sagen 19.500, weil der Albert hatte 1.000 Kilometer für mich, glaube ich. Ja. Ja, 10.120. Ja. Mit Stroh, mit Stroh, mit Stroh verdienst mehr als mit Getreide. Also, baust du dich erst nicht bloß wie am Stroh. So anscheinend, ja. Es ist aber auch irgendwie ein bisschen blöd, gell. So, wenn ich nehme sonst häcksel, ich habe das Stroh, wenn ich es nicht brauche. In der Seite war es ein Argerverlust. Passt sich. Kannst du nicht so einfach, das faisait ich einfach... Ja. 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 Ja, wenn ich irgendwas mache ist,... Meine Traktor müssen alle rennen, das ist nicht normal. Jeder spricht so teuer. Jetzt muss man das ganze Saatgut rechnen, wenn man anbaut. Dann brauchst du noch einen Dünger und dann Buchau. Dann bleiben da wahrscheinlich pro 15.000 Euro über. Verdienst. Das kann sein, ja. Die Flügel sind die Flügel. Der Kuss ist die Flügel. Die Flügel sind die Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020